eine sekunde gleich geht's los an kajalein ich bin noch am überlegen ob fliegen oder erst mal die runde panzer salzen damit ich bei den dingen auch mal war heute ist wieder so eine panzerschlacht abbrechen da kann ich nicht mitfahren da kann ich nicht mitfahren die gelben fahrzeuge die ihr seht sind kauf fahrzeuge deswegen habe ich jetzt auch eingestellt dass wir starten können und probiert noch mal probieren muss einfach noch mal der bot will einfach nicht der bot will einfach nicht der bot will einfach nicht ich verstehe es nicht das tut einem frei aber die selbstgemachten commands nimmt er einfach nicht ich weiß es nicht ich weiß ich war jetzt einfach mal kurz die panzer für die xp und dann fliege ich wieder beziehungsweise auch fürs geld ihr seht ja ich bin ich habe gestern ein bisschen sachen eingekauft ich bin pleite wie war eure woche wie war euer tag heute müsst musste die arbeiten seite gut durchgekommen wir muss doch wieder werden Feindliche Truppen verrichten! War lecker. Bei mir gab's heute Polofino. Genau. Also Hühnchenflügel entbeint und dann paniert. Bestellungen packen. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Willi? Na komm schon Na endlich Ich schieße einfach mal blind Das war ein Zufallstreffer Der steht da Ich schieße einfach mal blind Ich schieße einfach mal blind Ich schieße einfach mal blind Da ist nix. Feindliche Truppen vermichten. Jetzt kommt wieder der Teil, der mir bei diesen Panzerspielen in dem Level... Sorry. Nicht so Spaß machen. Jetzt überrennen wir die. Na toll, ich bleib am Holzzaun hängen. Das war einfach mal klingtgeschossen. Die sind jetzt im Prinzip chancenlos, weil... Wir machen jetzt Spawn-Killing. Warte, ich fahr ja schon. Ich fahr ja schon. Und im Prinzip heißt es jetzt einfach stupides Warten, bis die Zeitrunde gelaufen ist. Na toll, irgendeiner ist durchgebrochen und nimmt grad den Punkt ein. Das ist toll. Da ist tatsächlich einer durchgekommen. Sneaky-peaky, ja? Der Feind hat ein Gebet eingenommen. YOLO! Ja, aber sie haben jetzt auch schon seit... Äh, erstmal guten Abend, Patrick. Wie geht's dir? Hast du arbeiten müssen oder musst du nachher noch arbeiten? Ähm, ja. Im Hauptteil war es Flugsimulation, aber sie haben den Panzer mittlerweile dazugenommen. Du darfst gleich noch. Bläh. Bläh. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Super. Hopp. Also wer... ...einen COD-Profi beim Zocken sehen will, morgen bei Party einschalten. Also wie gesagt, ja, es ist hauptsächlich Flugzeuge, beziehungsweise ich fliege hauptsächlich. Ich salze jetzt hier gerade bloß eine Runde mit jeder Nation einen Panzer durch, damit ich da mal ein bisschen Höre hab. Ne, im Verhältnis zu mir Profi. Aber eigentlich fliege ich, ja. Da gebe ich... Da hast du eigentlich recht, ja. Ich hab nur festgestellt, da gibt's so einen Mixed-Mode Panzersimulation-Schimpf, der sich, den ich sehr gut finde. Das Problem ist bloß, da kann man sich die, äh, Fahrzeuge nicht aussuchen, sondern die sind vorgegeben und, ähm, deswegen hätte ich gern mal ein paar Fahrzeuge, die höherklassig sind, dass ich trotzdem mitfahren kann. Weil ich kann jetzt zwar rein theoretisch in diese Simulationsgefechte auch einsteigen mit dem Flugzeug, weil Flieger hab ich für die, äh, für das Tier. Plus tue ich meinem Team damit keinen Gefallen, weil ich dann nur einen Einstiegspunkt habe. Also ich kann fliegen und das war's dann. Und das... Wenn ich abgeschossen bin, bin ich raus. Und das ist halt scheiße. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so der langweilige Teil, weil... Jetzt haben wir sie wirklich überrannt. Und die Panzergefächte gehen halt schnell und ich brauche Credits. Oh, wir haben einen neuen Panzer erforscht. Welchen haben wir denn erforscht? Den M3A1 Light. Moment mal, Moment mal. Nee? Nee? Äh, kann ich nicht. Okay. Äh, der nächste ist... Ach, nehmen wir den da. Forschen. Zwei Wochen Urlaub. Ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich wunderbar. Panzerretter, Irrsschlag und Abschusshilfe Serie. Ja gut. Geld bringt es jetzt nicht so viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Jetzt müssen wir den hier aber eigentlich fertig haben. Genau, den haben wir fertig. Jawohl. Dann kann ich gleich wieder Geld ausgeben und wir den nächsten Panzer in der Linie holen. Und dann, yippie. Zum Glück sind die noch nicht so teuer. Besatzung, Qualifikation, jawohl. Ja, fertig. 31, naja, es bringt auch ein bisschen Besatzungspunkte, aber nicht wirklich, dass man einen Hahn danach krämen würde. Äh, ich wünsche dir dann aber einen geruhsamen Arbeitstag, dass nicht so viel Stress ist. Danke, bis morgen. Tschüss, tschüss. Äh, bitte, bitte, bitte. Kann ich hier irgendwas schon, Moment, äh, Modifikationen, ach, den habe ich ganz frisch. Da ist auch noch alles offen. Der hier wäre soweit. Der Panzer IV C. Da, da. Könnte ich den da kaufen. Der ist noch nicht soweit. Und der dürfte soweit sein, da ist aber hier der nächste Panzer noch nicht fertig. Äh, also den da. Wir stellen hier. Die ist kalt. Erik, Decke holen, Heizung andrehen. Mir ist es heute einen Tick zu warm, ehrlich gesagt. Das liegt allerdings daran, dass ich die Wäsche aufgehängt habe und vergessen habe, sie auf den Balkon zu stellen, weil was dazwischen kam. Was dazu geführt hat, dass meine Wohnung etwas dampft. Dann habe ich gelüftet und dann hat, äh, nachdem ich die Fenster geschlossen habe, mein automatisiertes Heizungssystem festgestellt. Oh, da war ja kalt. Meine Maus ist weg. Ja, jetzt. Und hat die Heizung voll hoch gedreht. Man ist arbeiten noch. Okay. Satzung, Qualifikation. Ach stimmt, äh, Spartaner, äh, das habe ich gestern noch übersehen. Hier diese Qualifikation. Kostet Lions in der Besatzung, bringt die aber auf alle Skills plus 3. Beziehungsweise, wisst du was. So. Wir wechseln ab. Da kann ich nicht mal einen Flieger, doch die P39 könnte ich einmal... Aber wie gesagt, das macht keinen Sinn. Hm. Oh, scheiße, ich habe das noch 10.000. Warum habe ich hier eine 4... Moment. Moment. 4, 3? Ah, ja, das ist ja auch schon mein 3er Deck. Das hätte ich... Ja. Nein, 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 nix, Akkart, nix, Akkart, nix, Akkart. Nachher vielleicht, aber jetzt erstmal nicht. Äh, badum. Äh, badum. Von 3, 7 bis 4, 7. Ja, jetzt passt es wieder. Hat vor 21 Minuten angefangen gegen die Franzosen und Briten. Äh, Briten. Äh, äh, äh. Ich will nicht gegen die Briten. Hier fehlt mir, glaube ich, im Moment, Modifikation. Die ist fertig. Ich brauche Geld. Also, dann machen wir mal die Match, die Match, das Match. Dicke Decke Decke und Menne ist da, aber Tee, oder was ich auch habe, ist, äh, wenn ich Rücken, wenn ich Rückenprobleme habe, nach Mandbank. 2.000 Kilogramm-Bomben oder 2.000 und eine 500. Äh, 2.500. Äh, was Sie geändert haben, deswegen sagt noch mal bitte, wie der Ton ist, äh, es gibt neue Motorengeräusche bei Flugzeugen, wie ihr wahrscheinlich gerade hört. Das ist sehr laut, die Maschinen hier mit 4 Motoren sind jetzt natürlich auch einiges lauter. Genau, ich habe einen Bombeno verbracht. Ach ja. Sehr laut. Sehr laut, das habe ich befürchtet, also, ich, äh, blablabla. Ich dreh Motoren mal auf 50% runter. Ist es jetzt ausreichend gut oder immer noch eine... Ist da hinten echt eine Wolkendecke? Könntest du bitte einfach nicht weiter sinken, danke. Das war jetzt zu viel. Ist es jetzt besser von der Lautstärke vom Motor her? Ich drehe ihn mal voll hoch, dass ihr eventuell auch ein bisschen besser hört, ob oder ob nicht. Man versteht mich wieder. Ja, ich kann... Also was sich dadurch auch geändert hat, ist der Bug in Anführungszeichen, dass du anfliegende Flugzeuge hörst, ist weg. Von daher ist es nicht ganz so dramatisch, wenn das Ganze etwas leise ist. Also die ist... Ich tippe mal die links und rechts. In den Flügeln sind die 500 Kilogramm Bomben, dann dürften die Tausende im Bomben geschafft sein. Und was ich meinte, ich habe sie... Ja, alte Wand, Decke. Das ist eine elektrische Heizdecke für den Rücken, für die Schulterpartien. Wird... Na toll, wir sind am Verlieren. Tolles Mensch habe ich mir da ausgesucht. Ich darf jetzt wieder nicht vergessen, dass wir schon auf 4000 Meter Höhe sind. Und... Wie geht es dir heute mal etwas anderes? Beziehungsweise das, was ich in letzter Zeit auf dich gespielt habe. Wie geht es dir? Tag an der Uni, heute gut rumgebracht. Genau, für Rückenschmerzen, da denkt man nicht, da ist es so ein altes Herren-Ding, aber das ist einfach unschätzbar. Ich habe heute und morgen noch frei. Ich habe heute erst mal etwas ausgeschlafen. Und dann angefangen, Hausputz zu machen und Wäsche zu waschen. Und deswegen auch erst ein bisschen später angefangen. Oh scheiße, ist da jetzt echt die Wolkendecke drüber? Da ist echt die Wolkendecke drüber. Really? Das hatb wieder gut gemacht! Bäh! Morgen wird dann der Rest aufgeräumt und gewaschen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch ein Citrus-Skyline-Stream hinten dran. Ich denke mal ein bisschen früher als heute. Und die Spiegel. Ach, der Sch...Fuck. Dann gehen wir auf die nächste Basis, weil die reiche ich nicht mehr. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns! Wo sind die Schmerz? Wo, 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 wo? Wie war dein Tag? Wie geht es dir? Das war gerade wahrscheinlich Munitionsverschwendung des Grauens. Okay, dann sind die zwei Äußeren die 1.000 Kilogramm rum und die... Das ist natürlich auch blöd. Und ich bezweifle irgendwie, dass ich jetzt mal zurückkommen werde, weil ich müsste während der Regime-Full-Karfe. Scheiße. Wie geht's, Zupi? Wunderbar, freut mich zu hören. Also wie gesagt, heute die Mischung aus Panzerfahren und Fliegen. Und morgen gibt es dann wieder ein bisschen City Skylines. Ich versuche gerade einfach nur den Flughafen im Feindlichen zu umfliegen. Scheiße, B wird reingenommen. Ich wollte eigentlich bei B landen. Kann ich das noch verhindern, dass B eingenommen wird vom Feind? Wahrscheinlich nicht. Und sorry, dass es am Montag danach nicht mehr weiterging. Aber wir haben das ein bisschen besser gemacht. Aber das Grundproblem des Springen in Minecraft ist immer noch, aber diese Lecks, diese extremen Lecks sind weg. Kann der Flughafen mal aufhören auf mich zu ballern? Bitte. Danke. Wenn ich Pech habe, nehmen die das noch ein und dann werden da feindliche Flachsungen geben. Dann bin ich sowieso am Arsch. Ja, guck mal. Aber ich glaube, ich mache den Motoren-Sound noch ein Tick leiser. To. Startet da echt einer? Nee, da ist einer abgespielt. Der wollte da landen. Passiert. Ich werde gleich richtiges Auer bekommen. Und schwupps, da ist ein Motor. Oh, schießt's. Ich bin tot, ich bin tot. Schütze ausgeschalten. Auch das noch. Glück gelaufen. Luftziele altzweck. Nein. Den nehme ich nicht mit. Ich befürchte momentan, dass wir das verlieren werden. Oh, 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 oh wie ein moped spartan wirst du noch mit fliegen oder wie schaut es gleich aus bei hier also irgendwie ist die bf 109 hier ein bisschen komisch und die vor gewünscht ist nach dem patch zügig geworden das ist nicht mehr schön sehr schön wir sind im freien voraus männer wir sind im freien voraus männer ich werde nicht mehr schnell genug bei ihm sein ich werde nicht mehr schnell genug bei ihm sein was hat er rote flesse? was hat er rote flesse? k k k � vertical k k k k k Was zum Ich hasse es Ich hasse es Ich Ich habe Öl an der Scheibe Ja Ein bisschen Mit minimal Könntest du Leid nicht ins Gebäude Nicht ins Gebäude Nicht ins Gebäude Danke Sind wir heute zickig? Wir folgen Jetzt müssen wir mit dem dummen Ding Bloß die Höhe Mal hinbekommen Da die Halifax Das ist Die Bomber Erste Schuss Erste Treffer Motorblock Ich werde mit euch Wenn hier diese Maschine erwischt wird Dann geht der Schuss nicht vorne ins Cockpit rein Nein Es wird den Motorblock erwischen Entweder linken oder rechten Oder durch den Querschläger Beide gleichzeitig Ich weiß es nicht Wir haben gleich verloren Damit ist das Spiel verloren Ich erinnere mich wieder Warum ich eigentlich mal gesagt habe Ich fliege nicht mehr gegen Briten Weil das war ein britischer Bomber Fängt ja gut an Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit Wir haben eine Niederlage erlitten Zurück zur Basis Die Missionen bringen halt Geld Das ist halt Wie gesagt Ich bin fast pleite Deswegen brauche ich das Geld Und Besatzung XP Gibt es auch Das ist auch nicht schlecht Ja Nein Zurück Ja Ich bin mir sicher Hier sammle ich gerade Für den nächsten Bordschützen Schneewunder Ist es so ein Zimtmischungszeug Zimtmischungszeug Okay Ja Weil ihr seht hier Kirsche Marzipan Kirsche kann ich mitleben Marzipan mag ich ehrlich gesagt nicht Ich mag Pistazien Sogar Pistazieneis Aber Marzipan Das ja aus Pistazien gemacht wird Mag ich komischerweise nicht Weiß es nicht Ihr seht hier In dem Flugzeug sind vier Bordschützen Ich habe jetzt allerdings nur drei erfahrene Deswegen kriege ich hier einen Malus Von 0,37 Auf die einzelnen Werte Und hier sammle ich halt langsam XP Um dann mal Richtung Ace zu kommen Aber das dauert immer eh nicht Äh Mandeln Stimmt Mandeln Entschuldigung wie komme ich jetzt auf Pistazien Danke Nover Du hast recht Mandeln oder Pistazien Oder das ist einfach eine Art Nüsse zu verarbeiten Marzipan Ich möchte jetzt schon selber auch wissen Mandeln und Zucker Du hattest recht Dann das gleiche was ich gesagt habe Bloß ersetzt durch Mandeln Wobei Mandel Eis Weiß ich gar nicht Ob es überhaupt Mandel Eis gibt Wird jetzt ehrlich gesagt überfragt Ob es Mandel Eis gibt Gibt es Mandel Eis Wenn nein warum nicht Gibt doch ansonsten auch alles mögliche An Eissorten Wir haben glaube ich gerade noch einen aktiven Booster Ja den haben wir noch Für drei Stunden Den machen wir auch noch vor uns fertig 14 Missionen Ja Dann haben wir den da rein Es gibt nichts was es nichts gibt Genau Genauso wie die Schokoladen Die teilweise sogar überraschend lecker sind Die scharf Also wo so Pfeffroni oder sowas drin ist Das sind Verbindungen mit Dunkler Bittrer Schokolade Schmeckt überraschend gut Nehmen wir doch einfach mal gleich Den großen Panzer mit Oder den neuen Panzer Ach gegen die Sonne Ich hasse das Da hasse ich es Dass die Engine Also Ja es gibt sicherlich grafisch Mittlerweile besseres Aber In dem Fall Heiß ich es Dass die so gut simulieren kann Dass man keine Sicht hat Wenn einem die Sonne In die Fresse scheint Ich befürchte jetzt schon Das wird ein sehr kurzes Match Der Feind hat ein Gebiet Eingenommen Was man Verwärts nochmal drüber das ist doch wirklich platt ist Komm lass mich vorfahren Ich bin sowieso nutzloser als du Nicht? Okay Jetzt lässt du mich als Lockvogel vorfahren Arschloch Nee Ich hab ja gesagt das passt ja Ich erkenne halt gar nichts Scheiße Wo ist das kleine Ding hin? Willst du mich verarschen? Wo sie sind? Da ist wer hintenrum Der Feind hat die Initiative Du brennst mein Jung Du brennst immer noch Willi? Wirklich? Echt? Ach scheiße Von der Seite Dass die immer aber auch wirklich die Stellen erwischt Also unterm Panzerschutz Vorbei An der Kette Vorbei Boah Das gemeine ist Oh wir haben einen Afghana Ich darf eigentlich gar nicht viel Scharf Entschuldigung ich nehme alles zurück Ja dann Wir haben ein Gebiet eingenommen Super Ich darf eigentlich gar nicht so richtig scharf essen Aber mir schmeckt es halt So wer will aussteigen und schieben helfen Wer meldet sich freiwillig Oh 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 Ich bin sowas von tot 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 Danke Äh warum darf ich das nicht Äh Sollte nicht Äh Meine Magenklappe schließt nicht richtig Und scharf sorgt dafür dass Meine Magensäure und Übersäuerung und Lieblablub und Ja wo geschickt Wo ist die feige Ratte Mist von das sehe ich auch nicht Der Zonk ist wieder da Wunderschönen guten Abend Wie geht's dir Ich hab dich länger nicht gesehen oder Wie geht's dir Lasst mir doch auch was übrig Mann Augen auf die Kante Wir haben ein Gebiet eingenommen Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns War ein bisschen Gammelgatze Menjung Guten Abend Schattenwolf Einen wunderschönen Tag Wie geht's dir Willkommen im Stream Beim absolut planlosen Hörnchen Ich fahr jetzt einfach mal mit nach vorne Ist mit der Karre vielleicht nicht das intelligenteste Weil ihr seht ja der arme Mann mit der Schildmütze Der hat ja nicht mal einen Stahlhelm Aber da wurde ja sogar am Stahlhelm gespart Heute für alles zu unkonzentriert Was ist denn los Erschreckt mich doch nicht so Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten Gut das war's im Prinzip Oh 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 da ist ein feindlicher Flieger Da ist ein feindlicher Flieger Da ist ein feindlicher Flieger Ich muss nachladen Ja hier bin ich hier bin ich hier bin ich genau da Nicht nachladen Nicht nachladen Seh nix Boah Ich fahr Panzer was du verpasst hast Nichts Ich hab durch Fleischkindl Einer jener Tage Ja das Wetterumschwanken ist es vielleicht auch Ich hab mit Fleischkindl zusammen Oder Fleischkindl Ich weiß das ist auch einer der Warsanlust Und der spielt hauptsächlich diesen Panzersimulationsmodus Das ist ein Modus den ich sehr sehr witzig finde Weil ich ja auch schon immer gesagt hab Die Bodenziele wenn du da als In dem Flugsimulator Modus Bodenziele angreifst Die fahren halt stur gerade aus Und Gegenwehr ist da nicht wirklich In dem Simulationsmodus ist es so Dass du zwei Einstiegspunkte für einen Panzer hast Und ein Einstiegspunkt für Flugzeuge Jetzt ist es aber nicht so Dass du dir ein Deck zusammenstellen kannst Und dann ein Match suchen kannst Sondern da gibt es jeden Tag So einen 24 Stunden Rhythmus Wechselt es Eine andere Auswahl an möglichen Fahrzeugen Und einfach Moment Och komm schon Wo ist sie hin? Wo ist sie? Hä? Eine Sekunde Ich rede gleich weiter Ich möchte hier bloß noch Wenigstens einen Treffer gegen einen Ich habe einen Treffer Ich habe einen Treffer Hat auch bloß 300 Schuss gebraucht Das Ganze Jetzt versteckt sich die Sau Nee Hihi Tschuldigung Tschuldigung So also auf jeden Fall ist es halt so Ich kann es ja jetzt schon zeigen Dann lese ich auch einen Text von Äh Entschuldigung Äh Von Nowak schon durch Eine Sekunde bitte Forschen Ja Fertig Also Simulation Und dann siehst du hier Da gibt es Da steht hier drüben noch 15 Stunden Wenn du dir die Mühe machst Einen langen Text zu schreiben Muss ich mir Gefälligst auch die Mühe machen Ihn durchzulesen Und dann siehst du hier Diese Fahrzeuge sind jetzt Für die nächsten 15 Stunden In diesem Gefechtsmodus Äh Spielmodi erlaubt Und Ich habe einfach festgestellt Es macht mir Spaß Vor allem auch das Fliegen Weil da ist es nochmal ein Tick schwieriger Da hast du absolut keine Kennung Also du hast auch keine Freundkennung Es wird dir nicht angezeigt Ob das gegnerische Fahrzeug Ein Freund oder Feind ist Also rein über Optik Musst du erkennen Feindflieger Freundflieger Was ich sehr nice finde Ähm Sehr schön finde Entschuldigung Das Problem ist bloß Dadurch dass ich so scheiß Panzer Bisher bloß habe Also wirklich die untersten nur Habe ich so alle 4 Tage Die Möglichkeit mitzuspielen Ich kann zwar jetzt rein theoretisch Auch mit nur Fliegern einsteigen Allerdings tue ich dann meinem Team Keinen Gefallen Weil Fahrzeuge Das Endziel ist immer noch Bodenziele einzunehmen Dafür brauchst du die Panzer Und äh Ohne Panzer Brauche ich dann nicht einsteigen Weil da habe ich einen Einstiegspunkt Für ein Flugzeug Da bin ich dann vielleicht Nach 3, 4, 5 Minuten raus Und tot Und einfach nur einen Platz Weggenommen Für ein Spiel Deswegen bin ich gerade dabei Im realistischen Modus Panzer zu salzen Nebenbei Ich fliege die meiste Zeit Immer noch Aber So Das Ganze mit dem Tutorium Und das Ganze Was da beim Bachelor gemacht worden ist Ich kann es nachvollziehen Ich verstehe es auch nicht Ich verstehe es auch nicht Ja Schattenwolf Also beim Panzern Hier bin ich beim Deutschen Am weitesten Bei den Japanern Habe ich sogar nur die zwei Standard Reserve Dinger ein bisschen Ach da könnte ich hier den Dazukaufen Mittlerweile Okay Italiener Gibt es ja jetzt mittlerweile neu Seit dem letzten Patch Bestellen Hä Und die Franzosen Die haben aber noch Haben bisher in Anführungszeichen Nur Luftwaffe Aber das ist das übliche Wenn eine neue Nation kommt Aus Flugzeuge Dann kommen Panzer Ich kann die bestellen Aber was kosten die 3 3er Panzer Ach das sind bisher Das sind rein Premium Oder was Verstehe ich noch nicht ganz M26 ist sowieso Eigentlich ein Ami Ding Und da da Der P40 ist ein Ne Fiat P40 Okay Ja Bei Panzer Geh mich nicht aus Tutorien Kommt jetzt drauf an Es gibt Tutorien Wo du die Übungsaufgabe Ein Teil der Übungsaufgabe ist Aber Oder ob du Tutorien hältst Aber Genau Also Ich Ja Schattenhäufe Das sind 6,8 GB Oder sowas Was da patcht Also Wenn du nachher mitspielen willst Wenn du fertig bist Genauso Sport Hissl Sagt einfach Bescheid Ähm Ja Aber genau Das ist es ja Ähm Was Was den Reiz ausmacht Weil du halt absolut Keine Freundfeindkennung hast Weder bei Panzern Noch bei Flugzeugen Ähm Was beim ersten Mal Natürlich dazu geführt hat Dass ich knallhart Einen Freundflieger abgeknallt hab Weil ich gedacht hab Hey der hat keine Kennung Abschießen Und dann wurde ich vom Server geschickt Wegen Teamkill Und hab 40.000 Credit Strafe zahlen müssen Ich so äh Äh Watt Dann hab ich mir die Regeln Nochmal durchgelesen Und festgestellt Au Au Bisschen schwieriger als sonst So Wir haben gesagt Wir machen abwechselnd Ob das nochmal schieben soll Ja Das ist ja schön Am studieren Man hat ja die Zeit Ich glaub du studierst ja An der Uni Da ist es ja sowieso Nochmal ganz anders An der FH Ist es ja eher schon Vom Vorlesungsplan Eher schultechnisch orientiert Im Verhältnis zur Uni Aber ja Sagen wir da mitfliegen Dann könnte ich endlich Den Bomber hier loswerden Weil der Bomber Ist im Prinzip kurz vor Modifikation Bitte Danke Hier da seht ihr Fehlt bloß noch Mucke-Säckele Äh Kleines bisschen Entschuldigung Teilnehmen Sitzung schließt Sitzung schließt Warum wird mir die Sitzung Dann überhaupt Seit einer Stunde Seit einer Stunde Macht keinen Sinn Alles Russen Ich muss mal meine Außerhalb vom Steam Muss ich mir meine Decks Mal richtig hinsetzen Das ist ja gerade Grausam Was ich da hab Besatzung Auswählen 27 20 20 2er Match Besatzung Auswählen Besatzung Auswählen 20 Wieso ist die Dazwischen drin So viel Na egal Muss man nicht Immer alles verstehen Und hier bin ich Auch bei den letzten Habe ich die anderen Auch wirklich Alle schon durch Oder Nein Nein Natürlich nicht Den habe ich noch Nicht durch Aber hier Die habe ich Alle durch Modifika Nein Warum habe ich die Nicht durch Gesetzen Dann wird das Einzeldeck Spartaner hat Spaß Im Akkord Das ist natürlich Auch nicht schlecht Nein Welch Was ist denn Meine Maus Gerade zerträge Der ist durch Den 2 0er Kann ich mitnehmen Weil 1 0 Bis 2 2 Den kann ich mitnehmen Den 2 3 Äh 2 3 Entschuldigung Das ist diese komische Staffelung mit den Kommas Werd ich nicht verstehen Warum sind da nicht Einfach 1 bis 100 Oder sowas Nein 2 2 3 2 5 2 7 Ne 2 5 Gibt es gar nicht 2 3 2 7 3 Wie dem auch sein möge Dann ist im Prinzip Bloß der da im Weg Den Rest habe ich aber Durchgesetzen Nein Habe ich nicht Dann kommst du Hier halt noch dazu Oder hat der neue Bewaffnung bekommen Guten Abend Wie geht es dir Deine Zähne Ein bisschen besser Simulation Wahrscheinlich Gibt es jetzt Nicht mal eine Schlacht Eine Stunde Hat Wir sind bei einem Einzigefecht Bis 2 0 Das heißt Den Bomber kann ich nicht Nein Ist egal Ist egal Eine Stunde Eine Stunde Wollt ihr nicht verarschen Wie wäre es mit Luftwaffen Meine ganzen Decks sind durcheinander Entschuldigung Den hier habe ich Fertig Habe ich hier jetzt Wenigstens dann Alle Jawohl Mit der Kauleiste ist Alles in Ordnung Das freut mich zu hören Die Na Die Belheim ist Fertig Jawohl Aber Nicht qualifiziert Warum Ist der Nicht Qualifiziert Das ist Ja Verschwendung Och nö Nicht Den Doch Der Ist noch Nicht Fertig So Wahrscheinlich Findet man Da auch Keine Schlacht Nein Wenn Dann habe ich nicht überlesen Aber was soll ich sagen Ich kann nicht zaubern Soll ich mich mit den Dingern In Ja Scheinst drauf Ein Sitzung schließt Ach Willst du mich verarschen Ich bin Bis zum nächsten Mal Wenn du mich verarschen Wenn du mich verarschen st Dann Ci Ja Ja Ich bin Ja 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 Ich bin Ja Ja Dann fiegen wir mal dieses dämliche Teil. Ich möchte nicht Auto, ich würde gerne auf Flugfeld 2, also irgendwas haben sie hier. Das einzige Schöne bei den Bombern ist die wunderschöne Rundum-Aussicht. Ansonsten ist das Ding ein Graus. F1 Versteuerungshilfe, genau. Und hier haben sie immer noch den Bug, dass mitten in der Landebahn ein was weiß ich was das sein soll ist. Ich bin ehrlich gesagt schon ewig und drei Tage nicht mehr beim Zahnarzt gewesen weil ich zum Glück keine Schmerzen hatte. Ich gehe mal an, dass der das selbe Ziel hat wie ich. Na toll. Und der wird das wahrscheinlich platt machen. Meh. Ich wollte eigentlich nur kurz fliegen und dann ein bisschen näher damit wieder Action ist. Aber dann halt nicht weil... Der wird das mit seinem Ding da alleine fertig machen. Lakoff. Herzlich willkommen im Stream. Kekse heute mal bei Van Zandt abgeben. Milch gibt's links. Ja und wenn ich heute mal zum Zahnarzt gehen würde, würde der sicherlich einiges finden was man machen könnte. Und das dann auch so verklickern das was man müsste. Aber ich habe keine Schmerzen, es stinkt nicht aus dem Mund, es verfault nichts. Von daher... Hm. Und weil ich so lange nicht mehr war, muss ich sowieso komplett die Selbstbeteiligung zahlen. Und krieg keine Ermäßigung. Von daher... Geh ich wirklich nur dann, wenn es weh tut. Oder... Mir jemand sagt, dass ich... Ne. Ich tippe nicht davon um. Von daher. Wie geht's in Lakoff? Die Woche bisher gut überstanden. Haben die Feiertage genossen oder sogar Urlaub? Warum sagst du ab, wenn ich jetzt den... Na, dem Motongeräusch, ich weiß nicht. Ich bin nie wirklich geflogen. Deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen. Aber... Und man muss dran denken, das sind vor allem die unteren Flugzeuge sind ja vom Anfang des Weiten Weltkrieges. Von daher kann sich ein Motor schon so angehört haben. Aber... Boah. Genau. Waschmaschine im Schleunersabgang. Ich hätt... Irgendwas, ja, so in der Richtung. Ja. 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 Das ist jetzt nicht der... Im Sinne von der Motor hört sich kaputt an. Nein. Aber wenn man die bisherigen Sounds gewohnt war, wo sich natürlich falsch... jeder Motor angehört hat, als wäre er in einem Ferrari eingebaut oder in einem Porsche, ist jetzt schon ein Unterschied. Das ist jetzt schon das Realistische, gebe ich vollkommen recht. W-h-h-p-h-p-h-p-h-p-h-p-h-p-h-p-h-p-h-p-h-p-h. Wehe, der Punkt da oben ist ein Bomber und der bombt jetzt da hinten die Fabriken oder... Der nächste Urlaub etwas kleiner aus. Ja, entweder nach Weihnachten oder vor Weihnachten, dass du auch in Ruhe die Kekse noch essen kannst. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass ich den gerade... Was ich schön finde, ist die Änderung, dass du jetzt auch, wie es ja realistisch ist, ankommende Motoren nicht mehr ganz so hörst. Oder doch. Ok. Hast du das Update schon drunken? Ich muss noch höher, ich muss noch höher. So, Simulationsschlacht kann jetzt halt ein bisschen dauern. Je nachdem wie... Super. Plus X. Ach XL. Jetzt halt leer. Also was ich sagen wollte, durch die neuen Motorengeräusche hört man jetzt die ankommenden Flieger nicht mehr so gut. Das heißt, das Boom & Zoom funktioniert endlich. Boom & Zoom ist diese Taktik. Energy Fight. Ich hätte schwören können, ich habe gerade was gehört. Jedes Mal wenn ich davon rede, dass man es nicht mehr so gut hört. Max. Okay. Der Feind hat die Initiative. Aber wie gesagt, das wird jetzt hier ein bisschen dauern mit dem Simulator. Aber danach können wir gerne eine Runde Panzer spielen. Wenn du dann noch da sein solltest und noch Lust haben solltest. TS. Aber wie gesagt, nach der Simulationsrunde dann schicke ich dann auch den Link. So. Ich war bei der Erklärung Boom & Zoom. Das heißt, ich versuche mit meinem Jäger höher zu sein als der Feind. Lass mich auf ihn runterfallen. Hab dadurch einen Geschwindigkeitsvorteil. Im Vorbeiflug schieße ich auf ihn, hoffe, dass ich ihn erwische und ziehe wieder nach oben. Das ist die Boom & Zoom Taktik. Und die war im Prinzip durch die Möglichkeit, dass der dich hat gehört, war dann der ganze Trick natürlich am Arsch. Weil der Motor gehört, dann hat er erstmal Wöhne gemacht. Und dann die Motorengeräusche hörst du jetzt definitiv nicht mehr so gut. Stimmt Schatten, wir sind ja zusammen geflogen. Ja. Ja, müsstest du noch. Verzeih mir. Ich wusste, dass ich deinen Namen kenne, ja. Aber ich wusste nicht mehr ganz genau. Und deswegen, wie gesagt, nicht böse sein bei sowas. Ich hab einfach ein Hundsmesserat. Das ist ein Namensgedächtnis. So, da müsste... Das ist die Fabrik schon, ja. Wenn wir nicht etwas unternehmen, an der Weide entliegt! Könntest du bitte... Oh, hör auf zu zicken! Ist ja grausam. Und wieder umkehren. Und wieder umkehren. Und dann können wir, wenn du noch da bist und Zeit um... Ich wollte gerade fragen, könnte meine Heckschützen sich mal bemühen? Und wieder umkehren. Und dann hat mein Heckschütze mal das gemacht, was mir immer passiert. Erster Schuss. Heck weg. Äh, Motor weg. Wenn, da du vorher nochmal den Server angesprochen hast. Hast du mal versucht, das Gebäude von Nuriya oder irgendwas, wo halt auch Modblöcke drin sind, zu kopieren auf eine neue Map? Hast du das mal versucht? Hast du das mal versucht? Hast du gerüst? Hast du geschütze, catchy? Hast du geschütze? Hast du geschütze, die Halteteate Management, für diese Messware oder Treffeasen oder Kbraune? Dann steigen wir mit der Kiste aus und nehmen die Bofford. Weil das müsste jetzt eigentlich schon reichen, damit die Kiste hier endlich mal fertig ist und ich den nächsten Flieger nehmen kann. Also nicht falsch verstehen, wenn ich davon rede, den nächsten Flieger zu nehmen. Ich habe mir einfach vorgenommen, jeden Flieger oder jedes Fahrzeug einfach ausgelevelt zu haben. Dass wenn dann eben mal so eine Simulationsschlacht ist oder irgendeine Aktion, ich sagen kann, ja, den Flieger habe ich und voll ausgebaut. Und wegen der Lernkurve. Weil jedes Flugzeug ist dann die nächsthöhere Stufe und wenn ich dann da ein bisschen nur einmal fliegen würde, bis ich dann das nächste erforscht habe, das wäre zu wenig geflogen, um dann die Erfahrung zu haben, ja, nein, links, rechts, hoch, runter. Das wollte ich nicht. Jetzt diese Zicke landen, das wird wieder so ein... Ja. Ja. So. Ja. Ja. Wir werden wieder so ein... Und dann gehen wir eigentlich an. Wenn wir nicht schleunigst etwas unternehmen, dann wird der Feind den Sieg davon tragen. Der Feind kreift unsere Basis an. Sofort die Verteidigung verstärken. Oh, das ging eigentlich. Du kommst mit den Einschauungen nicht klar. Ähm, oje. Kaya, dein Freund, ist noch nicht wieder da, oder? Ähm, hm. Wir können mal gucken. Du kannst, ich habe es irgendwo gesehen, ich habe das Glück nicht Farbenblend zu sein. Beziehungsweise die Rot-Grün. Aber du kannst ja hier zum Beispiel Fadenkreuz die Farbe schon mal ändern, was für die Arcade-Dinger nicht uninteressant ist. Und irgendwo... 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 Wo war es denn? Grafik... Bei WOT kein Problem. Ich habe es irgendwo gesehen, da konntest du auch irgendwas einstellen. Aber wo... Wie gesagt, ich habe das Glück... Moment, Hauptparameter war das hier irgendwo. AG-Modus. Also wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Ich würde dir gerne helfen. Also ich habe halt, wie gesagt, das Glück, nicht das Problem zu haben. Deswegen kann ich dir leider da keinen direkten Tipp geben. Der einzige... Ja, ich habe auch gedacht, dass es gibt. Deswegen habe ich auch gerade Kajas Freund angesprochen, der hat dasselbe Problem. Ich hoffe, ich verrate da jetzt nichts, was man nicht verraten darf. Sorry, falls da irgendwie... Außer zu sagen, also hier das Fadenkreuz, da kannst du für die meisten Dinge die Farben auswählen. Für den Rest, ähm... Moment... Ich kann mir halt vorstellen, dass du ein Problem hast, wenn oben die Farbanzeige vom Motor oder sowas anders farbig wird. Der Feind siegt gegen andere Menschen. Dass du das nicht siehst oder Probleme hast, das ja zu erkennen. Aber wie gesagt, ähm... Oder hier jetzt, das Fadenkreuz. Also das Fadenkreuz, das... Ich weiß nicht, ob das überhaupt siehst. Ähm... Und darum ein grüner Kreis. Das ist natürlich für, äh... Rot-Grün-Schwäche ist es natürlich problematisch. Das tut mir leid. Das ist beim nächsten Mal, äh... Ich werde, ähm... Wenn du mich nochmal dran erinnerst, äh... Und ich werde vorher auch nochmal fragen, ob ich ihn überhaupt, äh... Erwähnen darf, dass er das Problem hat. Ähm... Weiß ja nicht, wie... Wie da die Lage so ist. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hätte schwören können, ich hätte irgendwo was in der Richtung gesehen oder hätte mal außersehen den Modus eingestellt. Was dann natürlich für jemanden, der das Problem nicht hat, wieder ein Problem ist. Weil dann alles etwas, ich sag mal, so komisch aussieht. Aber ich... Ich verworben das. Auch unten, jetzt alles mit Rot. Aber da kannst du den Feindnamen, kannst du ja umbenennen. Das ist ja... Wie gesagt, dann müssten wir den mal fragen. Der hat auch angefangen in letzter Zeit. Und der hat das Problem, wie gesagt, auch. Und dann frage ich den und dann... Wäh! Falsche Taste! Falsche Taste! Falsche Taste! Wäh! Ui. Entschuldigung. Ähm... Ich werde ihn fragen. Und wenn du mich dann das nächste Mal... Und dann erinnerst du mich bitte dran, weil ich hab bei sowas auch ein schreckliches Gedächtnis. Und wenn er es mir dann gesagt hat, was für Einstellungen er gemacht hat, damit er spielen kann, kann ich dir die weiterleiten. Aber wie gesagt, erinnere mich am besten beim nächsten Mal nochmal dran. Und dann... Und dann... Danke, Lackhoff, fürs Googeln. Herzlichen Dank. Ich weiß auch nicht mehr, ob es irgendwas war und dann waren die Farben bei mir komisch. Also für mich als Nicht-Betroffener. Fli-Watu... Fli-... ...olje, bin ich. Fli-Watu-Et... Tüt! Fli-wat-tüt? Fli-fli-flah-flo-flo-flo. Keks, ey! Nenn seinen abgeben! Mir gibt's links. Danke für den Follower. Tümpel, 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 Tümpel. da kommt er ist gerade mal 14.000 punkte weg das sind die zwei basen und gut ist gut er hat schon bei uns im flughafen angekratzt gerade den oben das ist natürlich nervig aber von der spielerzahl sind wir eigentlich im vorteil von daher könnte die runde sogar noch gewonnen werden hoffe ich mal so das übliche spielchen wir gucken dass wir über 2000 meter kommen und damit gerade ausgeflogen was mit der maschine diesmal ein dick schneller gehen sollte und wenn wir die bomben abgeworfen haben landen dann geht es wieder den jäger dann geben wir noch ein dick höher so Der Feind siegt! Gegenangriff! Sofort! Jetzt! Können wir nach unten gehen? Können sie jetzt gerade nicht erkennen. Bis nach vorne ist... Och, geht sogar. Eine Focke-Wulff... Achso, ja, wir sind ja im Zweier-Match. Wir sind ja im Zweier-Match. Warum fliege ich jetzt in dieser Ansicht? Es gibt die Einstellungsmöglichkeit, dass er in der Bombenansicht und in der Schützenansicht die Höhe halten soll. Was einfach angenehmer ist, als da ständig mit dem Joystick links und rechts zu drücken. Und man sieht ein bisschen mehr von der Landschaft. Nein, das ist er noch nicht. Wo war die denn? Wartest du hier irgendwo? Wartest du hier irgendwo? Bin ich trappig zu wenig? Ich fliege gleich dran vorbei. Ach! Ich bin dran vorbeigeflogen. Ich habe viel zu weit nach vorne geschaut. Ich habe wieder vergessen, dass ich irgendwo... Oh! Hat du gut gemacht, Hirnchen. Hat du gut gemacht. Sparta, einmal fail, bitte. Da ist unser Ziel. Ich glaube, da wollen wir treffen. Ich bin dran vorbeigeflogen. Das ist gel Chef. Ich bin dran vorbeigeflogen. Da kommt delicate Noah, wenn du den Auto los verwandestest. Ich bin dran. Und eins weiß ich, wenn du da zusätzlich kleig bist. Den nehmen wir dieses Ziel. Beide please. Und um zu deinen Teachers! Ja lange postponed! Ok, die Bomben sind raus Warum hat das nicht gereicht? Ach, das sind bloß 250 Kilogramm Bomben, die ich dabei habe. Okay. Man sollte natürlich die richtigen Bomben mitnehmen. Eine Stuka, die da nur vorbeifliegt. Äh, Pfund sogar noch. Stimmt, sogar noch Pfund. Oha. Äh, das heißt also 125 Kilogramm Bomben. Danke, Zonk. Danke. Ich habe auch eine Unterstützung. Entscheiden, Fale plus 9. Ja, ungefähr. Ähm. Wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, sind das, ist das, ist das, ist das, ist das. Ist das das Gesamtgewicht der Bombe? Also nicht die Sprengkraft, sondern das Gesamtgewicht. Das Ding wiegt 250 Pfund. Mit Gehäuse, mit Zünder, mit blablabla. Also kann man sagen, dass nochmal so, also bei der 125 Kilogramm Bombe 100 Kilogramm Sprengstoff dann ungefähr. Ich möchte mich da jetzt nicht drauf festlegen, ich bin da in der Hinsicht nicht der Experte. Aber auf jeden Fall sind es dann trotzdem keine 250 Pfund Sprengkraft, sondern es ist eine 250 Pfund Bombe. Mit dann 200 Pfund Sprengkraft oder sowas in der Richtung. Erklärt auch, warum ich nur ein Viertel weggenommen habe und vorhin die Hälfte. Aber der Bombe ist frisch, seht ihr ja, da fehlt sogar noch, ich habe sogar meine Lackierung vergessen. Das Match könnte schneller zu Ende sein, als ich gedacht habe. Wir sind jetzt schon bei, der Gegner ist jetzt schon bei 55.000 Punkten. Arcfeel ist da nicht mehr. Stille zu! Willen wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gelegt? Was ich interessant finde, ist, dass obwohl ich jetzt noch nicht mal den ersten Motor oder sowas erforschte, habe ich die ganze Zeit mit dem Notschub abfliegen können. Was bei den anderen Maschinen ja eigentlich schon so ein halbes Todesurteil ist. Ist das eigentlich ein Radar oder ist das die Funkantenne da links und rechts? Oder sollen es irgendwelche pseudohaften Nothalterungen sein, falls ich crashen sollte? Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Fliege zum Stützpunkt! Danke, der Zonk. Ja, sowas in der Richtung hatte ich auch im Kopf. Gehe runter! Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja der traktor motor geht los wow wirklich ein sehr hübsches cockpit der spiegel ist halt immer noch zum vergessen und mit den dingen kann ich ja auch ohne bleiben gibt es irgendwelche ziele zur stürfe an die basis von der flugplatz basis b4 da das leben ich habe mich wieder vergessen sprit mitzunehmend also das ist der rückspiegel der ist wirklich erkennen tut man nix warum zeigt er nach breiten ich würde mal tippen da sehe ich den nächsten feindlichen bomber anfliegen aber der ist zu weit weg und jetzt hat ein bisschen verzeihung mit mir geduld mit mir ich muss jetzt hier turn verhalten und da bin ich noch nicht ganz so gewöhnt das müssten die befreundlichen befreundeten bomber soll b3 ja zonk ich habe wieder ein bisschen wenig sprit mitgenommen wie immer oh da schießt da schießt da schoss es das heißt ich kann einen run auf die attacker dahinten machen wie jetzt bei destroy the enemy attackers at b4 ja das müssen die schwarzen punkte gerade aus sein jetzt ungefähr im mittel des fadenkreuzes kreuzes sind das sind u87 also stux von unten an fliegen bis in rein schießen und gut ist warum überhitzt mein motor ich war jetzt gar nicht auf da hat mark schwindler fast die hälfte vom flughafen weggefäscht wird na komm wir müssen dem feind näher zu setzen sie siegen da sprays wie blöd natürlich sind die auf der anderen seite vom b4 lasst mir was übrig plus 99 im quadrat das quadrat ja ok auch vielleicht nur 98 im quadrat auf was gehen die stux denn da weil die stux machen attack waren das sieht man ja aber auf was irgendwas haben die gerade bombardiert ja oder es gibt es gibt es gibt es ist es gibt es gibt es Was bist du denn? Okay, das war eine KI. Wo sind jetzt die... Okay. So. Ganz dumme Idee. Natürlich direkt in den Motor. So natürlich. So. 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 Ich sehe sie nicht mehr. Boah, das Ding zockelt, das ist nicht mehr schön. Hör auf auf mich zu schießen, hör auf auf mich zu schießen, du Munster. Gut, ich bin sowieso am Arsch, dann nehme ich den da aber auch noch mit. Wenn du den Motor abgewirkt hast, mit derselben, hä? Standard-Taste ist I. Los Nelson. Standard-Taste ist I. Flak? Ups. Ups. Ich hätte gern... Nicht Auto, das ist so... Danke. Also die Standard-Taste ist I. Und... Okay. ja ich war ja schon weit im feindlichen gebiet dieses match ist auch verloren ich habe momentan irgendwie das gefühl dass die deutschen extrem überpowered sind die ganzen partien seit dem letzten patch gewinnt ich nur als deutscher es gewinnen immer die deutschen also immer die achsenmächte japan habe ich jetzt in letzter zeit nicht geflogen deswegen kann ich das nicht sagen das waren eigentlich immer die deutschen die gewonnen haben das hat flack auf mich geschossen hat die muslimen größten schuss gestroffen haben und jetzt gar nicht genau ja und die enemy attackers sind abgehauen die sind weg da werde ich nicht mehr hinterher kommen also leider aus spesen nichts gewesen nur mit den russen ja wobei die briten sich recht wenig fliegen naja das müsste alles befreundet sein da fliegt ein punkt aber viel zu schnell oh er dreht er dreht er dreht er dreht du gehst echt in turn fight mit mir ach drüber ach drüber das gibt es doch nicht ist es doch nicht aber es ist doch nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Wo ist er? Wo ist er hin zum Teufel? Wo ist er hin? Wo ist er hin zum Teufel? Wo ist er hin zum Teufel? Wo ist er hin zum Teufel? Und der fliegt hier weiter, der ist ja nicht mehr schön Habt ihr nicht gesehen? Was war das denn von mir gerade? Das war nicht nur ärgerlich, das war einfach nur saublöd von mir gerade Oh ne, jetzt bin ich am falschen Flughafen, Moment, raus, raus, raus Hast du, ja, das war nicht nur ärgerlich, das war einfach nur dämlich, wie, 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 also Blöder, blöder anstellen hätte ich mich nicht können Genauso wie ich mich jetzt hier mit diesem Flugzeug verklickt habe und deswegen am falschen Flughafen bin, ach Dieses Auto, was sie da, das ist so, ich würde gerne von hier starten, wenn ich überhaupt darf, nein, da, Flugfeld 3, in die Schlacht Boah, das war einfach nur dämlich Einfach nur, oh schön, wir haben einen Alarm Okay, jetzt schießen sie sich schon gegenseitig ab Was zum Henker Doppelteam, Teamkill, das soll jetzt auch nicht sehen Vielen Dank Wo schießt die Flak hin? Das ist insofern ärgerlich, dass es unsere nötigste Basis war Die Runde ist sowieso verloren Da können wir nur noch machen, was wir wollen Ich möchte noch ein paar Abschlüsse holen Ey, das ist gerade eben Das war unnötig wie ein Kropf Unnötig wie ein Kropf Einen Abschluss habe ich wohl noch bekommen Aber ich hätte nicht mehr in den Rhein fliegen müssen Das war gerade Zielblindheit Absolute, vollkommene Zielblindheit Oh scheiße, der hat wieder zu wenig Sprit mitgenommen Augen aufstehen, ausgewiesenen Ich brauche Deckung Du brauchst Deckung vor wen? Da ist niemand Da ist niemand Das ist ganz schön Untertitelung des ZDF, 2020 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 Augen auf die Karte! Und willkommen zu der Swimquam, die Kids! Wo schießt die scheiß Flagge hin? Hehehehehe Ähm... I'm not... I'm not... Big, so... No... Just angry! Hallo feindlicher Bomber, den ich wegen dem scheiß Flügel nicht sehe! Okay... Könnte ich jetzt mal bitte Gas kriegen? Geschwindigkeit, dass ich wenigstens so tun kann, als wenn ich dem Ding versuchen würde in der zu fliegen. To where I live... He is called AVAX, okay? Despawn... Der despawn... Ich hasse es! Das gehört... Das gehört sowas von bestraft! Bomber despawn... German Terminator... Don't know him! Sorry! Sorry Grumpy, I don't know him! Das war so... Grameau C! Die feindliche Basis wurde zerstört! Jetzt ist uns der Sieg sicher! Gut gemacht! Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Freund gesiegt! Und alles ist gut! Ich verstehe nicht! Ich verstehe! Ich verstehe nicht! Und alles ist gut! Ich verstehe nicht! 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 Ich komm an die Maschine nicht mehr ran. An den Aufklärer. Der ist weg. Scheiße. Der ist weg. Schön, dass ich da nichts sehe. Der ist doch nichts. Wenn wir nicht etwas unternehmen, dann hat der Feind gesiegt. Das war wieder eine Runde zum vergessenen Nachfahmer Panzer, Schattenwolf. Es kann sich bloß noch um Minuten handeln, weil die sind schon bei 130.000 Punkten. Und unsere Teammitglieder oder meine Teammitglieder diskutieren darüber, wie man startet und landet. Auch schön. Mal gucken mal. Zwei schwarze Pünktchen. Das obere ist ein Bomber, der hintere ist ein Jäger vermutlich. Und ich vermute, dass ich in der Höhe einfach viel zu langsam mit der Kiste bin. Das ist ein Kotzl. Gut, wenn man mit dem Messer zu einer Schießerei geht, ist man halt selber schuld. Aber... Aber... Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich da nochmal hinterher komme. Und wenn die dasselbe machen, wie gerade beim ersten Mann mit dem D-Spawn, dann... Jetzt bin ich endlich überein im Gebiet wieder und mich beschießt Flak. Wollt ihr mich verarschen? Die ganze Zeit war ich gerade über feindlich im Gebiet und keine Flak schießt. Und jetzt schießt Flak. Auf mich. Nein, das nicht, das nicht. Aber ich bin froh, wenn ich das Ding ersetzen kann durch die nächste Maschine. Sie ist für das, was ich hier mache, einfach nicht gebaut. Sie ist für Boden-Turnfight. Beziehungsweise war ja ein Flugzeugträgerjäger. Herr Quandt, was hat es denn erwischt? Jetzt ist er eh weg. Jetzt ist er eh weg. Zu mir! Ich lehne aus! Will mir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt! Er ist mir tatsächlich entwischt. Ja, Kammel, mit den Briten... Wenn ich gegen Briten fliege, werde ich so zusammengeschossen, ich gewinne am Ende trotzdem. Wenn ich mit dem... Wenn ich Briten fliege, verlieren wir. Da kann ich machen, was ich will. Ja, toll, jetzt habe ich... Habe ich einen Kompass? Ja, hier habe ich einen Kompass. Bitte nach unten. Ich würde gerne unter die Bomben... Danke! Ich krieg dich! Und wenn ich mit Potatos werfen muss... Ähm... Komm, Geschwindigkeit um jeden Preis. Scheiß drauf, wenn der Motor überhützt. Deespawn oder ist er abgeschossen worden? Das habe ich jetzt nicht gesehen in den Nachrichten. Aber wenn es ein Deespawn war, sorry, feige Arschratten. So was macht er nicht. Wenn er abgeschossen worden ist... Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich habe nicht beobachtet, ob da Flak war. Er hat gequamt. Also kann durchaus sein, dass er von der Flak abgeschossen worden ist. Aber wenn es ein Deespawn war, was ich jetzt auch wieder des Häupten öfteren gesehen habe. Aber wie gesagt, wenn es eine Flak war, entschuldige ich mich hiermit. Firm nichts. Beziehungsweise kann ich da noch nachgucken, oder? Schlacht. Von Flak abgeschossen. Z, ich entschuldige mich hiermit förmlich bei dem Spieler. Er wurde von der Flak abgeschossen. Und warum auch immer das Flugzeug dann nicht einfach von uns runter geht, sondern mittlerweile despawnt. Das ist einfach... Da fliegst du dann hinterher und hinterher. Dabei ist es schon längst eine Leiche. Ach, Mann. Re nach LD. Was ist LD? Was ist LD? Nach Kajalein. Schöne Träume. Morgen noch einen guten Tag. Komm gut durch den Freitag für dein Wochenende. Wir hören und sehen uns dann morgen. Tschüss. Und Grüße an Erik. Augen auf die Karte. Ach. Okay. Aber wie du siehst, das Spiel ist in 5000 Punkten vorbei. Ich werde wahrscheinlich mit dem Gladiator nicht mal mehr einen Schuss abgeben. Ich werde wahrscheinlich mit dem Gladiator nicht mal einen Schuss abgeben. Danke. Auch dir ein herzlichen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Nacht. Schöne Träume. Morgen viel Spaß an der Uni. Und morgen gibt es wie gesagt CT Skylines. Mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ins Team. Phantom 65 Fire Phantom Fire Herzlichen Dank für deinen Follow Kekse bei Wenn es noch da ist Nowhere heute abgeben Verdient Mich gibt es links Danke für deinen Follow Würde mich freuen Nowhere Oh man Das war eine Runde zum Bechwerfen Was erforschen wir als nächstes Die Sonderland Dieses Die XP Pinata Ach den haben wir noch gar nicht durch Ich hätte mit dem noch einen ran machen Tschüssi Nowhere Die Spitfire Warf Ach deswegen hat sie so komisch geflogen Die war Okay die nächsten Kekse gehen an Spartissal Stimmt die Burford war ja auch komplett frisch Schön dass ich Platz 1 gemacht habe Hat aber nichts gebracht Wenig Geld Wenig XP Null Einfluss auf Spiel gehabt Also ich selber habe einfach scheiße gespielt Ich habe zwar drei Luftziele zerstört Aber jedes Mal selbst auch Kritischen Treffer Insgesamt 28 Treffer Okay das geht 6 Starts Bla bla Gut Ich würde jetzt eine ganz ganz kurze Pause machen Und dann würde ich Wenn Schattenwolf Lust hat Wieder auf Panzer umsteigen Nur der Baum ist freundlich Hier im Stream Bäume leben hier gefährlich Das kann schon mal ausarten Mit den Bäumen Guten Abend Phantom Ich wechsle jetzt wieder Zum paar runden Panzern Danach gibt es wieder Simulationsfliegen Jetzt würde ich aber erst mal kurz nach Ja es waren jetzt wieder fast zwei Stunden fliegen Eine kurze Pinkelpause machen Dass ihr Obwohl Ne mache ich nicht an Ihr könnt ja Musik selber anmachen Ich bin in fünf Minuten wieder da Bis gleich Bis gleich Vielen Dank. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Da scheint wohl wieder Unity Media bei ihm zugeschlagen zu haben. User joined your channel. 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 User joined our channel. User joined your channel. Ah und der 3J1 das ist schon 3er. Der ist zu viel, der ist zu hoch. Ich würde ja gerne ein Stück reinnehmen oder so, die habe ich leider noch nicht frei gefahren. So dann kriege ich einfach mal auf bereit. Genau. Ich habe oben jetzt realistische Panzerschlachten stehen, muss ich da was ändern? Ne, das ist von mir. Ich habe aber vergessen, bei meinem einen Panzer muss ich noch, Moment, da fehlt noch was an Deku. Da auf dich zu entschuldigen, ist doch alles kein Problem. 3, 10, also lackiert sind meine Panzer noch wären. Ne, die Lackfarben habe ich auch noch nicht freigeschalten, das dauert ja die halbe Ewigkeit. Aber ich habe vorne und hinten die 13 drauf, wie auf den Flugzeugen. Das habe ich jetzt beim Gepard noch nicht gehabt. Soll man im ersten Gefecht den schwächsten oder den stärksten Panzer werden? Du fragst Sachen. Ich bin, was Panzerfahren angeht, auch Frischfleisch. Deswegen, ich nehme da immer nach Geschmack ein, wo ich denke, damit mache ich wenigstens einen Abschuss, dass ich die Fahrzeugpunkte habe. Und den Rest überlasse ich dann dem Zufall. Ja, ich finde dieses Fadenkreuz, was ich da habe, recht überladen eigentlich. Weil wenn du da schon irgendwas auf, keine Ahnung, was für eine Entfernung hast und du willst da rumballern, da erstmal was zu erkennen, wo die Mumpel jetzt überhaupt hingeflogen ist, das ist echt eine Krise. Ja, das ist, das ist, ja. Ich glaube, die ersten 50 Schuss, die habe ich schon irgendwo in die Botanik gehauen und immer zu kurz geschossen. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Ja, man ist halt von WOT gewöhnt, man packt das Fadenkreuz mittig auf den Gegner und die Kanone richtet automatisch nach. Ja, das ist hier ein bisschen, was ich auch angenehm finde, also ich habe auch gern die WOT und WOW und so weiter gespielt. Aber der Sturmgeschütz ist immer nicht neben dem da. Ich finde es insgesamt hier einfach realistischer. Ja, ja. Und wie gesagt, ich salze jetzt die wirklich für den Simulations-, also den realistischen Modus mag ich auch nicht ganz so, weil in 90% der Schlachten entweder gehörst du zu dem Team, das überrannt wird, also du kannst nicht mal mehr spawnen. Direkt hinter dir. Oder du bist das Team, was überrennt und das finde ich etwas, da hätten sie zum Beispiel, könnten sie wie à la Flughafen, einfach so Pucks hinstellen. Wenn das gegnerische Team dann so überlegen ist, inklusive Luftwaffe, dass die die Pucks ausschalten können von mir aus, aber nicht, dass die im ersten Push durchwaschen können und dann ist alles vorbei. Oder zumindest eine Base-Verteidigung. Was ich gelandet habe, durch zugucken und du kannst den Gegner irritieren, indem du im MG weiter auf ihn schiehst. Ich weiß doch noch nicht mal, ob ich ein MG habe und wie das funktioniert. Leertaste. Leertaste? Aber jetzt... Oh! Okay. Hier in die Büsche, die kommen von da unten. Ups. Der Feind hat ein Gebiet eingedommen. Da hinten sind sie schon. Ah, jetzt sehe ich wieder nichts. Zu kurz. Fertig. Boah, schützt du. Da hinten hat... Da kommen sie durch die... Wir haben ein Gebiet eingedacht. Ach, zu hoch. Feuerbereit. Da hinten ist eine Gasse zwischen A und B genau da, aber da ist gerade keiner mehr. Push. Ich brauche ein bisschen optische Warnung, bitte. Danke. Na toll, ich stehe mitten in der Pampa. So schräg hinter dir. So halb auf dem Hügel. Die sind schon alle durchgewascht. Lass uns runterfahren. Also nicht jeder Panzer hat eine MG. Aber die, wo es haben, einfach draufhalten und auch bei den Flakpanzern kommst du da komplett durch. Rechts von hier. Da wird mir zumindest so ein Pfeil angezeigt. Boah, ist er. Ach, kaputt. Ist kaputt. Es raucht. Ja, da waren zwei Pfeile. Das hat das Artillerie gefressen. Nein, ich habe, da steht direkt einer, da steht direkt einer. Da, wo ich gerade hinfahre. Ich habe ihn noch gesehen, diese Drecks zugekauften Büsch-Tallung, Dinger. Also geschossen habe ich keine Ahnung, ob ich Schaden gemacht habe. Aber jetzt habe ich bloß Schlachtpunkte für die Flakpanzer. Ich bin jetzt auch da momentan zurück zum Hangar. Dann hast du nicht genügend Fahrzeug, deswegen irgendein noch ein Fahrzeug mitnehmen, wo wenig Punkte braucht. Eine Flakpanzer, deswegen habe ich nur eine Flakpanzer. Na, wenn ich jetzt zurück zum Hangar gehe, dann bin ich ja komplett raus, oder? Na, kommst du auf mich zugeflogen? Augen auf die Kante! Natürlich. Ich schieße nach vorne und von hinten kommt eine rot angemalte E7. Okay, zurück zum Hangar. Baum. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Deswegen sage ich, das ist... Ich hätte jetzt wenigstens noch hier diesen komischen Reservepanzer, dass ich den dann hätte noch nehmen können, aber... Ne, das ist die Wertigkeit. Ich leider, also ich fände es schön, wenn man hier irgendwo die Info hätte, dieses Fahrzeug braucht so und so viele Einstiegspunkte, dass man sein Deck dementsprechend ausrichten kann. Ich habe halt festgestellt, die Flakpanzer braucht bloß 170 Fahrzeugpunkte, was in dem Tier wohl dazu ausreicht, dass ich mit dem Panzer fahren kann und dann noch in Regel Punkte habe, um die Flak zu starten. Deswegen habe ich den Flakpanzer dabei. Ja, da frage ich mal den Panzer 3B raus. Reserve. Und übrigens bei Besatzungen gilt wieder das Gleiche. Diese ganzen Sachen mit scharfer Sicht kann man im Prinzip in den Modis, wo ich zumindest spiele, also solange du nicht Arcade spielst, vergessen. Weil die bringen nichts. Ähm, glaube ich habe gar keine Flakpanzer. Die kleinste Flakpanzer ist der Flakpanzer, das ist der dritte in der Reihe. Flakpanzer 1. Warum ich jetzt immer irgendwas in den Grundurlaub geschickt habe. Forschung aufmache. Kurz Frage an den Stream, wie gut hört man Schattenwolf? Muss ich ein Lauder machen, stimmt es von der Lautstärke? Wie gesagt, die erste Linie haben Panzerjäger, wo er dann hinterher zum Nashorn und Waffenträger geht. Dann die Flakpanzer-Reihe. Und hinterher Panthe. Ach, Flakpanzer, da. Ha, habe ich noch gar nicht erforscht. Passt, perfekt. Danke, Zonk. Also Flakpanzer habe ich noch gar nicht erforscht. Okay. Das ist der 35T Reserve, den habe ich aber. 30T aus der Reserve. Ja, dann bin ich mal bereit. Mal gucken, ob ich es genauso bescheiden abschließe. Ich war ja nicht wirklich besser. Ich muss mich immer daran denken, dass auch ein Busch ein Panzer sein kann, weil du kannst ich ja mit Gold kannst du ja diese Busch-Tarnung dazu kaufen und dann deinen Panzer anbringen und das ist halt wirklich, das ist richtig getarnt. Wir nehmen den oberen Einstiegspunkt, nee, den unteren Einstiegspunkt und fahren zu A. Kann man das rehen? Okay. Das ist der Einstiegspunkt Nr. 1. Ich wusste nicht, dass man das auswählen kann auf deinem Ding, deswegen. Was? Obwohl, doch geradeaus, ja, ja, Entschuldigung. Nicht schlimm. Lassen wir den mal vorstürmen, vielleicht sehen wir dann, wer ihn beschießt. Bist du fliegen, sehe ich häufiger. Ja, du nabbel, ich will rechts drüber. Nee, da kommst du nicht lang, dann musst du über die Brücke. Warte? Du musst über die Brücke, kannst du nicht durch Wasser fahren, doch, dann musst du auch durch Wasser kommen. Dann musst du an der Abfahrt und an der Auffahrt. Stimmt. Na, vielleicht erst mit den größeren Dingen, ich weiß es ja nicht. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Na toll. So, wir kriegen sofort Dresche, wenn wir die Nase raushallen. Na, ich gehe rechts rum. Kein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, ich drück, ich drück, ich drück. Nix passiert, der schießt und trifft mich direkt. Abschusshüte. Achtung, da fährt gerade einer über dich drüber. Da ist die Artillerie, wenn man sie braucht. Da ist die Artillerie, wenn man sie braucht. Oh, ich drück. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich sollte vielleicht noch bereit klicken, ne? Jep. Ihre Vorteile habe ich mir sagen lassen. Welcher Panzer meiner Meinung nach der Beste ist, in dem Tier wo ich jetzt spiele sind alle gleich scheiße. In den oberen Tiers, ich kann nur noch mal meinen Forschungstrieb, beim Panzern bin ich ganz, ganz, ganz frisch. Der Sturmpanzer macht mir insofern Spaß, dass wenn er trifft, dann macht es Platz. Also am Platz ist es einfach. Wo bist du? Komm gerade rein. Das Problem ist bloß dem seine Reichweite. Die Kanone schießt halt nicht wirklich einen Meter weit. Schnelle Panzer sind auch witzig. Da habe ich dadurch bescheuert dann Kanonenfutter, von daher habe ich noch keinen Lieblingspanzer. Bei Kanonation, also noch sage ich mir, ich muss jetzt hier einfach durch, dass ich die Hirnpanzer bekommen und dann gucken wir mal weiter. Sorry, Bomb. Dann wurde zumindest die Stuck empfohlen. Dann wurde zumindest die Stuck empfohlen. Ja, die Stuck empfohlen. Ich habe da gerade was abgeschossen. Und hier. Mich hat's erwischt. Ja. Ich habe damals die hier erwischt. Oh, weil ich den voll rein geschossen habe und der fährt weiter der leichte Panzer, als hätte ich ihn nicht erwischt nur ich konnte nichts mehr machen ja das ist so ein match der wusch reingematcht und wie kamen die auf einmal hinter uns lang wir sind schon in den match reingematcht worden was schon läuft deswegen sind die jetzt schon bei uns am spawn ich kann aus irgendeinem grund noch einen panzer mitnehmen ich schieße einfach mal ein bisschen ja ich bin auch mit anderen unterwegs wenn wir nicht etwas unternehmen hat der feind gesiegt punkt a angreifen ich halte mich so ein bisschen rechts von mir ein 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 Oh, 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 oh. ich schieße und er macht der abschlusshilfe danke aber ich muss sich meine ecke stellen und reparieren ich bin ich bin haupt gerade dabei und ich kann mich nicht mehr so bewegen da ist einer hinter uns blaue schrift drüber sollte also unser eigener sein oh da ist gerade eine riesen fette katalina über uns drüber gedonnert ich kann mich wieder bewege ich gehe auf den punkt ach ich steppe ich stand neben dem punkt und habe mich repariert anstatt dass ich reingefahren mit dem vollposten so irgendetwas hat mich von hinten erschossen t50 hinter dir hinter dir hinter dir okay kann ich nicht bewegen das ist doch ein kotziges das ist ja schön diese animation die man danach immer kriegt wo man getroffen wurde und was alles zerstört wurde Da steige ich dann nochmal in die Schlacht ein. Ich bin tot. Nein, ich hab's überlebt. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Wir treffen. Natürlich jagen die mich jetzt die Schweine. Ich verstehe das nicht. Normalerweise... Ich bin tot. Doch nicht. Oh, geklappt. Ich hab ein Flugzeug erwischt. Okay, jetzt hat mich ein Panzer erwischt. Der steht links von mir. Twitch funktioniert nicht gut. Können die anderen mal sagen, ob das gerade an mir liegt oder an was das liegen könnte? Ich hab immer noch einen Einstiegspunkt. Nee, ich nicht. Turngeschütz. Das ist halt... Naja, ist eigentlich eine A-T, ne? Hat man dann auch so eine richtige A-T an sich? Oder ist das auch... Normale. Also normal. Wie beim anderen Panzer auch. Okay. Okay. Ich hab auf einen toten Panzer geschossen. Warum immer auch da... Manche verschwinden, manche bleiben stehen. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, die bleiben so lange stehen, wie sie noch brennen. Der hat nicht mehr gebrannt. Deswegen hab ich da drauf geschossen. Deswegen war mal in Munition verschwendet. Gut, ich bin raus. Nico. Was haben wir denn? Fünf Treffer. Wow. Zwei kritische Treffer. Vier zerstörte Bodenziele. Ein zerstörtes Luftziel und ein Bodenziele. Dafür haben wir... Wieso muss man beim Duck was erforschen? Okay. Huck. Ja, mein Motor erforscht. Kaufen. Kaufen. Zweimal Unterstützung. Zweimal Zusammenarbeit, weil wir nebeneinander standen. Und Panzerretter. Gab ihm mal ein bisschen Geld. Du, Hanga. Bei dem Ding hab ich jetzt aber was vergessen. Irgendwas war da gerade angezeigt worden, was ich hätte kaufen können und nicht gekauft hab. Okay. Anscheinend doch nicht. In die Schlacht. Warum stehen bei mir in der Garage überall diese komischen Pakete rum? Das ist dieses Fünfjährige, also auch, was ich gestern auch schon Spartan erklärt hab. Wenn du dir überlegst, Premium zu kaufen, gratis ist es günstig. Nee. Kein Geld für. Okay. Also die haben gerade Fünfjähriges und da gibt's dann halt solche Aktionen. Wir gehen in den unteren Punkt. Ich hab nichts zum Auswählen. Mit? Jetzt hab ich zum Auswählen. Ich hoffe, ich hab jetzt in meinem dritten Punkt. Ich bin hinter dir. Direkt nach links. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Ja, dass die Türme halt so auch Arschlange brauchen, um sich zu drehen. Ja. Gut, man kann's erforschen, aber trotzdem drehen die sich noch mit der Geschwindigkeit, wo du nebendran denkst, wenn ich schieben würde, wär schneller. Wart mal einen Moment. Du fährst mir grad weg. Oh, gerade falsch, sehe ich. Mach mal weiter links. Okay, weiter. Punkt B angriffen. Punkt C angriffen. Wir sind die einzigen auf A, kann das sein? Jaa. Da kommt was. Ja, das ist immer. Wir gehen jetzt erstmal in Deckung. Der ist in deine Richtung weitergefahren, also nach links von uns aus gesehen. Bis jetzt viel Glück, ja bis jetzt viel Glück. Der Richtschütze wurde ausgeschaltet, na toll. Der Fahrer ist auch bewusstlos. Oh, toll, wie viel Feuer, ne toll. Mir hat es einen Fahrer verwischt. Daaaah, ich hab grad abdrücken wollen. Ich vergesse immer, dass ich in die, in die, in die, in die, in die. Jaa, hat dort irgendwie auch nicht wirklich was gebracht. Außer, dass ich nicht gesehen hab, wo der Gegner war. Ach, die waren zu zweit, okay. Entschuldigung, hätt ich sagen, ich hab den zweiten, komm, Entschuldigung, mein Fehler. Hör auf dich zu entschuldigen. Doch. Der Feind hat die Initiative. Also ich kann nicht mehr reinkommen. Ah, okay. Ich bin ja beide rechts. Ja, der Treffer. Vorsicht, die sind zu zweit. Gebrütt. Weiter rechts. Von... Von... Was? Von wien? Von anderen? Die Artillerie, die da runtergegangen ist, macht den nix aus. Das... 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 Ich kann auch mit dem Flakpanzer rein. Ja, mach das. Wenn der Panzer 5 kriegt, denn nicht... Der Ding ist nicht tot, oder was? Die sind da mittlerweile zu vier oder fünf sogar. Das geschieht im Recht. Teilgewicht wurde von den verbündeten Truppen eingenommen. Fertig machen. Feuer bereit. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Also ein bisschen OP. Sind diese Flaggpanzer schon, ne? Da vorne müssen auf jeden Fall noch zwei sein. Ja, Treffer! Der ist tot. Den habe ich erwischt. Ah, da hat gerade ein Flugzeug auf mich. Ich sehe das Flugzeug nicht. Okay, ich habe es gesehen. Ja, die Flaggpanzer sind insofern, wenn sie mal, das sind immerhin 30mm Kanonen, wo die da schießen. Sind sie schon nicht schlecht, was Panzerangriff angeht? Das Problem ist, dass sie absolut null Panzerung haben. Wenn da einer mit MG auf mich schießt, bin ich da gut. Der Feind siegt gegen Angriff. Jetzt! Wir haben ein Gebiet eingenommen. Der Ärmste hat jetzt zwei Jäger im Nacken. Bitte? Der Ärmste hat zwei Jäger im Nacken. Ja, deswegen wollte ich ihm gerade helfen, aber ich stehe halt hier mitten im Gebäude. Jetzt bist du aus dem Kettkreis raus. Hast du, du hast schon gekettet? Du hast auch nicht gekettet? Ich kann mich malen, hab dich gefangen. Ich bin ja, sicher. Du hast du. Du hast da gehört. Du hast da gehört. Du hast da gehört. Du hast du ihn, bist du. Du hast da gehört. Ziel zerstört. Treffer. So gut lief eine Runde mit dem Flakpanzel noch nie. Noch ein Flugzeug. Noch ein Treffer. Noch ein Treffer. Oh shit. Da nimmt jemand A ein. Wo ist der? Der muss noch ein. Nein, das ging sogar nur einer. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ah, fuck. Das meinte ich, wenn er dich dann mal erwischt, dann bist du Kanonenfutter. Das macht nichts. Ich habe eh das Gefühl, egal womit ich da anbekomme, ich bin eh Kanonenfutter. Wie gesagt, ich habe ja jetzt hier schon ein paar mit unterschiedlichen Nationen gefahren. Da hat man so ein bisschen langsam bei den Maps. Hier ist halt viel, wo fährt man lang und dementsprechend fahren meistens die anderen auch lang und dann kann ich dich schon ein bisschen drauf einstellen, wo sie lang kommen sollten. Ne, ich habe noch einen. Achso, du hast noch einen. Durch die ganzen Abschüsse habe ich noch einen. Achso. Wenn ich überhaupt so weit komme, weil hier sind die Flieger über mir. Wenn wir nicht schleunig etwas unternehmen, dann wird der Feind den Sieg davon tragen. Na komm schon, den töte ich noch. Den töte ich noch. Nein. Was ist denn eigentlich, was man gerade forscht? Bitte? Woran sieht man eigentlich, was man gerade forscht? Wenn du jetzt das, im Moment eine Sekunde kannst du gleich nochmal nachgucken, bevor ich was sage. Ich bin nämlich gerade noch in Forschung der Einzelmodifikationen. Okay, ne, sehe ich schon. Dann hast du dieses Forschungszeichen in der Hälter stehen. Genau. Forschen, forschen. Das liegt doch jetzt mal an der Stuck 3a. Da fehlt mir nämlich nicht mehr. Dann habe ich wenigstens ein Schnieper. Also kein Schniepell, sondern ein Schnieper. Ja, ja, ja. Ja, nur für deine Zuschauer. Wer weiß. Habe ich denn alle inaktiven Gegenstände? Also habe ich einen inaktiven Gegenstand. Booster 10% mehr Kohle. Ja, nehme ich doch glatt. Ich habe noch nichts mit Ahnung, aber ist egal. Ich habe auch noch einen für sechs Matches. Das ist noch einer mit Forschungsboost 10%. Ach, du bist jetzt aus irgendeinem Grund wieder der Staffelführer. Ich habe mal bereit geklickt. Vermutlich, weil ich zu... Ja, dann wäre jetzt realistische Panzerschlacht. Das ist ja frei. Das passt schon. Das war eine ganze Zeit realistische Panzerschlacht. Das passt schon. Ach so. Ich dachte, du wolltest eine Simulation machen. Das können wir mit den Panzern diese Runde noch nicht. Ach so. Das ist... Dreht mal geschwind ab. Ab. Wählst Simulationen aus. Und drück dann mal auf Spiel starten. Und dann ziehst du an der linken Seite eine Liste von Simulationen Luftschlacht und Panzerschlacht, Panzerschlacht. Und dann ziehst du, welche Fahrzeuge da gerade zulässig sind. Und das wechselt alle 24 Stunden. Ach so. Und dafür sind wir also zu klein. Dafür sind wir noch zu klein. Es gibt Runden. Also es lohnt sich da jedes Mal reinzuschauen. Weil es gibt auch Runden mit den ganz kleinen Panzern. Aber in der Regel sind es die etwas höheren Ränge. Also es gibt immer ein Gefecht, was so in den ganz oberen Tiers ist. Und eins, was von 1 bis Mitteltier geht. Ja, aber ich glaube, wenn man da mit einem 1er oder 2er Panzer reingeht, dann ist man trotzdem gut da, oder? Ähm, da die anderen auch nicht mehr fahren können, nein. Okay. Das ist komplett leicht. Der einzige, woran du es dann erkennst, war schon auch die blauen Marker nicht mehr. Mhm. Also nicht einfach schießen auf, was sich bewegt, sondern, Zonk, ich danke dir fürs wieder reinschauen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Morgen, wie gesagt, ein bisschen City Skylines. Danke fürs reinschauen. Gute Nacht. Komm gut in dieses Wochenende. Bis dann. Äh, nehmen wir den unteren. Mhm. Und dann zu C. Komm ich nicht mal in den Premium Panzer. Ich glaube, den habe ich noch nie gefahren. Okay, was kann. Also ich kann in ein Loch fallen. Oh ja, ist ja richtig flott. Ja, das ist auch gut gemacht. Also die Panzer sind wirklich unterschiedlich. Nicht nur von der Bewaffnung, sondern auch Geschwindigkeit, Wendigkeit. Natürlich bedingt durch die Panzerung. Du hast jetzt halt eine tickleichtere Panzerung wie meiner, aber... Also statt Weißblech habe ich jetzt Papier, ja? Ja. Und wenn die japanischen Fläscher schafft, Bambus. Und die russischen haben Stahl. Okay. Okay. Du wirst echt da holen? Okay. Mal gucken, wer da ist. Punkt B, angreifen. Niemals. Niemals. Ach, ich glaube, ich habe jetzt so eine Autokanone, genau. Zumindest eine mit einer leichteren oder schnelleren Nachladezeit. Wo sind die denn? Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Ich fahre jetzt halt mal YOLO. Okay. Ich habe ein Gebiet eingenommen, super. Warte, 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 bis das Akademiefeuer vorbei ist. Und dann wieder hoch. Okay. Gebt mir zurück auf. Wir haben die Initiative. Können wir das Ding hier noch halten, oder? Im Prinzip, ja. Oh, links von uns. Ich sehe da nichts. Pass auf, du. Rechts von dir ist gleich der Spawn von dir. Oh, mich hat so gestrückt. Was hat auf mich geschossen? Irgendwo? Hinter mir. Der rennt gerade auf Punkt C einer drauf. Ich brenne aus, ich brenne aus, ich brenne aus. Ich bin tot. Der steht direkt um die Ecke. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Ach, das war mal eine Scheiß-MT. Hm. Hast du noch einen Einstieg? Ja. Ich bin auf die ausgewiesenen Koordinaten. Brauche Unterstützung. Ich lehne auf. Ja, ab in die Schlacht. Brauche Unterstützung. Bin irgendwo falsch abgelogen. Hä? Ja, du bist rechts rumgefahren. Ich muss rum. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Super. Super. Okay. Komm, hoch, 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 komm. Komm, du... Nö, 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 nö. Ich komm den Schutzwahl nicht hoch. Hä? Doch, doch, jetzt schaffe ich's, jetzt schaffe ich, jetzt bin ich oben. natürlich ist in c kann abschusshilfe wozu habe ich wieder nichts bekommen weil du auf den den einen wo wir geschossen haben so übrigens du kannst auch in deinen deck fliege mitnehmen und dann mit dem flieger einsteigen bis dann halt rb battle aber ob ich mit dem flieger kämpfe oder mit dem panzer ich glaube da tut sich nicht viel beiden gleich schlecht soll spaß machen wenn man durchkommt sind bomber ganz witzig weil damit nicht zumindest ist es für mich eine dumme idee also mit dem jäger gegen jäger anzutreten bitte zumindest ist es für mich eine dumme idee mit jägern gegen jäger anzutreten wie gesagt eigentlich ist alles übungssache ja sicher habe ich da gerade unten im bling gehört ja an mir ist es bei mir ist es eingeschlagen ich sehe es von unten ich bin auch nicht gesehen jetzt machen wir nicht ein stück ein gebiet wurde von feindlichen truppen eingeloggt jawoll halte aus ich komm wirklich 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 ach ... rechts ... ,... ... ... ... ... ... ... ... ist auf jeden fall schon um einigen umlängen realistischer wot allein die tatsache dass es nicht nur ausmacht ob du vorne oder hinten sondern auch noch in welchen winkel und welche stelle du vorne erwischst also das schadensmodell ist um einiges realistischer und wenn du durch bist ist der schuss halt durch das ist halt das was ich ein bisschen salze weil bescheid oft ein one hit aber dafür halt umgekehrt genauso wenn du den gegner erwischt dann ist der gegner gut ich war beim bund ja bei der panzer und von daher ist nun mal so und auch im mittelalter so gewesen wenn du getroffen würdest hast du matsche punkt wenn du viel glück hattest hast du nur in anführungsstrichen streifschuss abgekriegt oder so dass du dann die besatzung noch aussteigen konnte hatte ja damals im tiger so pervers overpowered gemacht gehabt weil der halt so dick gepanzert war dass die kann und dass die geschützkugeln da teilweise nur dritt stecken geblieben sind ich bin mal auf ein etwas höherem posten ich schaue dir sozusagen von hinten drauf oder ganz hinten sehe ich was treffe ich denn natürlich natürlich der schieß geradeaus du mich auch der schießt auf drei kilometer entfernung geradeaus ich muss reparieren weil der schießt einfach geradeaus von dem spawn aus pass auf die kommen von unten rum wieder wie die anderen hat sich erwischt unten rum Nun, 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 Nun. Ok, umsonst geklettert. Und wie gesagt, das ist, was ich halt wirklich gemerkt habe, wenn du mal grob weißt, von wo der Feind überhaupt kommen kann, dann hast du überhaupt erstmal eine Chance. Und das ist halt das Salzige. Bis du das mal raushasch, um zu wissen, ey, okay, da geht's links, da geht's rechts, dann sollte ich vielleicht da lang gucken. Du hast einen Schlachthof hier geöffnet. Habe ich auch eine bekommen. Modifikation mal eins, Panzer GRL-Spur, habe ich eine Spur geschossen, gekriegt war es vielleicht. Ich habe fünf Gutscheine bekommen. Gutscheine sind, was sind Gutscheine? Ein Ersatzfahrzeuggutschein, wenn möglich ist, ein Fahrzeug maximal zweimal in acht, so, das ist doppelt. Okay, dass du das selbe Flugzeug oder Fahrzeug in derselben Mission nochmal machen kannst. Flug 3A wurde abgeschlossen. Ich habe das Sonderkraft Z234 abgeschlossen. Dieses Fahrzeugmodell erforschen zu können, muss vorangehende Modell 38TA erforscht werden. Was willst du jetzt von mir? Ich habe das doch jetzt erforscht. Du musst die gekauft haben. Nicht nur erforscht, nee, du musst die vorher auch gekauft haben. Die Panzer in der Reihe davor, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, den davor habe ich gar nicht erforscht. Ich bin direkt übersprungen. Ah, okay. Aber das springen geht wohl nicht. Großes Spiel. Ja, bist du soweit? Eine Sekunde, ich habe mir gerade noch das neue Fahrzeug gekauft. Warte mal, kann ich dich nicht wieder irgendwie zum Lieder machen? Und schwupps habe ich kein Geld mehr. Musch, dass wir führer machen. Geht doch. Ich muss den neuen Panzer noch Schwind D13 draufhauen. Ich hatte mich so auf die Stubb gefreut. Hasch ja gleich. Ja, ja. 38TA muss ich jetzt erstmal erforschen. Da wird erstmal noch 27 Effekte da. Welches Battlerank hat dein höchster Panzer? War irgendwas mit 3.0, 3.1 oder sowas. Okay, ich habe jetzt einen 27er dabei. Oder könnte ich jetzt mitnehmen? Mit dem Sonderkfz. Ähm. Ja, 27er. Ich habe einen 2er. Ich habe einen 2 3er. Äh. 27 habe ich in dem Sinne. Nee, dann passt es also. Okay. Bereit, bitte. Jo, jo. Ja, aber um deine Frage von vorhin zu beantworten. Dieses 2 heißt halt, das ist Tierstufe 2 und dann x mal aufgewertet oder so. Ja, ja, ja. Jetzt findet er kein Match mehr oder was? Die wollen das nicht. Ich finde den wahrscheinlich zu nubig. Scheiße, wir müssen schlechte Gegner für die finden. Das gibt es gar nicht. Können wir die gegen sich selber spielen lassen? Nicht mal unsere KI so schlecht. Und ein A wieder. Mhm. Und wenn ich die Fahrzeugpunkte habe, mache ich direkt YOLO. Okay. Mit dem Sonderkraftfahrzeug 234. Radpanzer, der sollte schnell sein. Mit einer 50mm Kanone. Ja, und die Flak ist eine 38mm. Die kamen dadurch die alten auch schon durch. Mhm. Du hast dein Hörner gefunden. Guten Abend, Hashtag LP. Ich meine, wenn man es genau nimmt, auch der, ähm, die 8 8er, die hinterher um Tierhahn oder das drauf war, der war ja auch eigentlich noch Flak. Ja. Okay, für den Radpanzer ist er ein bisschen langsam. Doch. Wahrscheinlich müsste ich den auch erstmal ein bisschen. Wahrscheinlich. Wow, und der Orgi, der zieht aber ganz schön. Oho, in den Kurven ist er nicht so. Hashtag LP, wie geht's dir? Gut. War mit uns. Wir brauchen Unterstützung. Jemand, der das spielen kann. Hahaha. Okay, da sind schon Feinde. Alle sind ja. Irgendwas hat auf mich geschossen, aber verschielt. Wo? Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Ja. Kein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Pfff. Pfff. Ui, irgendwas flog gerade hinter mir, gar nicht? Achso, der hat auf dem Gegner gesagt. Das ist okay. Allem geht's gut. Ich finde das Spielgrad bloß extrem salzig. Aber danke der Nahfreiheit, weil ich mich zum Anstelle. Warum schieße ich nicht? Und da war der? Und da war der? Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Genau da, wo du lang fährst. Links neben dir. Links? Also irgendwo da. Genau, links, 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 links. Also gesehen habe ich ihn noch. Ach, scheiße. Jetzt habe ich dich falsch gemacht. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass er schon jede Panzerzeile schwarz stellt. Aber ich habe auch immer das Gefühl, der Gegner trifft prinzipiell immer so, dass es durchgeht. Und ich weiß nicht, ist dieses Load hier so beliebt, dass da auch Vollprofis spielen, oder? Gehe ich mal davon aus. Aber ich weiß auch nicht, ob das immer so alles mit rechten Dingen zugeht, weil so oft wie man einfach weggesnapshottet wird, na, da kommt um die Kurve, Turm dreht ein und sobald der Turm auf dich zeigt, fliegt die Murmel und trifft dich. Wenn ich das mache, treffe ich alles. Plus nicht die, ja, ja. Jede Wolke, wahrscheinlich noch mein eigenes Kettenrad, nur keine Gegner. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie gut man mir die Mannschaften noch kuschen kann, oder so. Dass man die zusätzlich ausbildet. Das, ja. Also die Mannschaft, wenn du es auch dann im Flug guckst, da hilft allein schon diese Bezahlung, also die Hochstufung auf Ass, äh, auf Experte, das bringt schon einiges. Okay. Also du kannst ja, können wir nachher mal gucken, bei Besatzung, der letzte Reiter, Qualifikation für das Fahrzeug, dann kriegst du plus drei auf alle Stats. Und die plus drei bringen allein schon was. Und wie gesagt, also ich fliege halt meistens, deswegen sind meine ganzen Besatzungen nur auf Fliegen ausgelegt, aber da ich nicht vorhabe, wirklich Akkad zu fliegen oder zu spielen in nächster Zeit, außer im Stream mit Spartissl zusammen. Links, links, links. Fahr links um den Tank. Dann kommst du direkt in seinen Rücken. Hinter mir? Nee, links. Links um den Tank vor dir. Äh, scheiße. Das habe ich falsch gedreht. Äh. Nee, du hast dich richtig gedreht. Das musst du mir mal in der Sprache auch von mir rausnehmen, weil da war der gerade. Der hat sich wahrscheinlich wieder weiter nach links verlegt. Oder einfach. Ey, wo ist der denn so schnell hin? Der hat den doch jetzt gerade erst aufgeknackt. Ich seh'n. Wenn der scheiß Baum nicht wär. Hä? Echt? Äh, links von dir. Links, 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 links. Ah. Bleib stehen und mach die kann. Nee, links. Das andere links ist, der ist hinter dir. Entschuldige. Ah. Läuft der gut? Ich hab keine Punkte mehr. Ich glaub, dass dem links und rechts müssen wir nur bewegen. Ja, ja, das muss ich noch ein bisschen üben. Zurück zum Hangar, oder hast du ihn noch? Nee, nee, ich hab nichts mehr. Du hast keine Lust mehr? Doch, doch. Achso. Lang grad so. Ein paar Spielchen noch, aber es ist jetzt dann doch schon fast vier Stunden wieder. Ich würd sagen... Ja. Nur weil ich da nicht drauf geachtet hab, ey. Ja, das hab ich auch früher gemacht, nebenbei, AFK-Meinung. Drückst du noch auf Breit? Ich hab dann gelauf, woche alt gedrückt, aber warum? Nee, ich bin ja schon wieder Käpt'n hier, ne? Was, wie ist er? Ähm, er redet grad von... Ach, ich hab'n Bug, ich muss mal schön spielen. EVE Online. EVE Online. Ein Spiel, was ich auch sehr lange gespielt hab. Ich hab' immer noch zwei Accounts, die allerdings grad eher brach liegen. Außer Skillen machen die nix. Das ist ein Science-Fiction-Weltraum-Massive-Multiplayer-Online-Nur-Spiel. Was das Spiel besonders macht, ist, ähm... Es gibt bloß einen Server, also da spielen 50.000 Leute und diese 50.000 Leute sind alle auf dem selben Server. Ich kann grad nicht mal mehr spielen, oh, mein Spiel ist abgekackt, das ist die Erklärung. Einem Universum. Gut, dann entferne ich dich mal kurz aus der Staffel. Ja. Warte, bis du wieder da bist und dann kannst du mich wieder einladen. Also es ist wirklich ein großes Universum mit einer riesen Galaxie und unterschiedlichen Möglichkeiten und, äh, was mich wird ausgeführt. Nein, wird nicht ausgeführt, ich hab' dich beendet. Ja, und bei dem Game kannst du halt alles machen. Du kannst PvP machen, du kannst PvE machen, du kannst du seltsalige Steine kloppen und minern, so wie ich. Das Problem ist, jeder kann dir PvP aufzwingen, weil es gibt nirgendswo nen Bereich, wo du wirklich hundertprozentig sicher bist. Das heißt, egal in welchem Schiff du sitzt, egal wo du dich befindest, solange du nicht angedockt bist, kannst du aus dem Schiff gepustet werden. Ja, wobei es im High-Sec schon, also, relativ sicher ist. Mal phasenweise, weil es gibt zwar eine sogenannte Weltraumpolizei, das sogenannte Concorde, sind aber nicht dafür da, um dich zu beschützen, sondern wenn, dann dich zu rächen. Also die kommen erst sechs Sekunden oder so, nachdem du angegriffen wurdest. Dann gibt es noch eine Sonderpolizei, die auf den Sicherheitsstatus reagiert. Das heißt, wenn dich irgendwie eine Fraktion gar nicht gern hat, dann macht diese Polizei auch Jagd auf dich, egal ob du jemanden angreift oder nicht. Und dann gibt es den Low-Sec und dann gibt es noch den Null-Sec und dann gibt es noch die Würmlöcher. In den Würmlöchern habe ich ein Jahr, nee, zwei Jahre lang haben wir ein Wurmloch überlebt. Ja, da ich mit dem Scannen und so weiter gar nichts zu tun habe, habe ich mich da so bisher komplett von weggehalten. Ja, ich kann noch was erforschen, jippie, erforschen. Wirst du mitzahlen zu einem Hashtag? Ich habe dir eine Einladung geschickt. Ja, jetzt geht es über mir auf. Und da hat, wenn du jetzt bei Besatzung klickst, der letzte Reiter Qualifikation. Wo ist denn hier Besatzung? Aus Fahrzeug, rechte Maustaste, Besatzung. Ah, da, ja. Und dann der Reiter Qualifikation. Qualifikation. Auf Experte anheben. Ja. Oder machen wir das dann mal. Und dann hast du überall bei allen Skills plus drei. Und dann gibt es noch die zweite Stufe, das Ass. Das kannst du entweder indem das Fahrzeug, also ich habe jetzt hier gerade zum Beispiel Sonderfahrzeug ja neu, da brauche ich 190.000 Forschungspunkte. Dann ist der Ass oder ich kann es mit Gold kaufen. Das gibt dann fünf auf jeden Skill. Leicht salzig Hashtag, nur leicht salzig. Und das würde ich halt bei jedem Panzer machen, das mache ich bei jedem Fahrzeug. Deswegen habe ich es mir auch, das Problem ist, das gilt halt nur für diese Besatzung. Deswegen habe ich es mir halt auch angewöhnt, oben die Reihe sozusagen, der erste von links ist unten ganz links, der erste von rechts ist unten ganz rechts. So, dass sich wirklich diese Tech-Tree unten in meiner Besatzungsreihe widerspiegelt. Weil wenn du den Panzer jetzt auf einen anderen Slot legst, dann hat er diese Qualifikation nicht mehr. Aha. Das Problem, was ich halt habe, ich habe bisher halt nur die Reihe gemacht gehabt, großartig. Also es ist ein Unterschied zur WOT oder WOW, wo du ja den Kapitän bzw. die Panzerbesatzung skillst und dann auch auf andere Panzer umsetzen kannst. Hier setzt du den Panzer auf eine Besatzung. Also unten die Slots sind nicht wie bei WOT die Garagenplätze, sondern wirklich Besatzungen. Sprich, alles, was du skillst, ist nur diese Besatzung und dann eben auch dementsprechend dieses Fahrzeug. Ja, ich habe mal alles, was an Qualifikationen darstellt, habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ja. WOW habe ich jetzt am Samstag mal wieder gespielt. Allerdings mal, das ist halt immer in Streams bei Herrick oder bei Rose, wenn die mal mit... Das ist WOT. Ne, WOW, also World of Warships. Also WOW-S. Ja, WOW-S, Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin kein WOW-Spieler, mir soll es egal sein, aber bevor jetzt irgendwie die Leute weglaufen oder so. So, dann gehen wir doch mal in die Schlacht. Dann drin. Da haben wir Beta noch. Ist ja nicht. Ja, oder? Nee, also im Stream, WOW-S, werde ich im Stream nicht mehr spielen. Aber ich habe halt bei anderen, wenn die spielen mit Zuschauern machen, also wo sie dann im Chat runterzählen, dass die in die selbe Schlacht reinkommen sind und blablabla. Was ja auf Eule eigentlich verboten ist, das heißt, da müssen die Leute ganz schön aufpassen. Echt? Wenn das eben hier reinzählen, ist nicht erwünscht. Weil das wieder irgendwie eine Ausnutzung für Matchmaking wäre, etc. Weil durch solche Klamotten, gerade bei WOT, könnte es ja Missionen fahren. Ja. Und durch solche Aktionen ist es dann halt passiert, dass die Leute sich dann, was weiß ich, drei Uhr morgens alle eingeloggt haben, kompletter Clan. Da haben sie sich gegenseitig reingezählt und dann konnten sie sich dann dementsprechend absprechen, um dann halt ihre Missionen schneller hinzukriegen. Da, wo es nachgewiesen worden sind, die waren dann richtig toll drauf, weil denen wurden dann die Panzer aberkannt. Okay. Ja, wer das System bescheißt, der muss damit rechnen. Ja, das Problem ist, dass das System da im Prinzip selbst die Krux ist. Also gerade wenn ich bei den großen Wörter Vorschiffs, also wenn da Hose zum Beispiel spielt oder Helrik, die hätten locker beide Seiten im Team voll. Aber du kannst ja nicht das Team so groß machen. Das ist, wo ich dann wieder sage, hey, muss das sein? Also da schneiden sie sich ein bisschen selber ins Fleisch. Und ich glaube hier, bei Streamern werden sie auch nichts sagen, weil das ja Werbungsverspiel ist. Weiß ich nicht. Also das machen sogar die, wo von denen offiziell als Medienpartner gedingsbumst sind. Und dann pass ich da nicht durch? Scheiße. Hey, schieb mich mal. Ne, ich bin durch. Oh! Von links. Von links beschossen. Kam aber nicht durch. Ja, aber das heißt, da steht einer. Oh, da war ein paar Mal, was der Ton noch an den Skulptur. Einer? Ich sehe. Oh, zwei sind da. Fakt mich jetzt erwischt. Ich habe linken kritischen Treffer gehabt. Ich habe mich eher durchgeführt. Ich neben uns mal. Na toll, hat nichts gebracht. Jetzt war ein Flak hinter mir. Toll. Ich stehe komplett im Nebel. Da bin ich zumindest schon mal um den richtigen Panzer. Ich kann nur nichts mehr reinbringen. Das, obwohl ich einen Crypt gemacht habe. Ich habe es zumindest nicht überlebt. Ach, da ist einer. Ich habe ihn erwischt, allerdings nicht. Ich habe ihn nicht stark genug. Und der ist zu schnell, der konnte noch fahren. Oh. Na. Wo hat es mich jetzt erwischt? Wo kam der jetzt her? Von hinten. Jetzt kann ich die da nicht machen. Ich kann auch jetzt wieder in die Schlacht einsteigen. Ich kann einsteigen, ja. Ach, durch die Abschusshilfe. Ach so. Ja, okay. Dann heißt es, wenn man auf etwas geschossen hat, lohnt sich das Warten. Ja. Wir wissen. In höheren Tiers hast du dann sogar Raketen und so weiter. Raketenpanzer. Dann fährst du dann mit einer Staline rum, Mann. Nein, nein. Da sind dann, also es sind dann, also auch wie bei den Düsenjägern ist so ein bisschen Korea-Krieg ist das gefühlt. Da gibt es dann die deutschen Schützenpanzer, wo du dann eine drahtgesteuerte Rakete drin hast. Wo du dann mit W.A.S.D. die Rakete lenken kannst. Wir haben die Tierspiele. Also wie gesagt, es geht bis zum, also in Höhe, aber das sind dann wirklich schon, das ist das höchste Läuble dann. Hm. Du kannst auch in Leopard 1, 2 und 1A bla 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 fahren, wo du dich dann sogar beruflich auskennen müsstest. Ja, 2, 4. Ja. Auf was schießt du, mein Freund? Äh, auf. Ja, der hat, der hat den Pazzo Ruckeback genommen, der ist auf ihn, der ist auf ihn draufgefahren, der andere Panzer. Okay. Ja, ich kann nicht, du stehst zwischen ihm und mir. Ach, scheiße. Der, der, der war, oh ne Taktik, oh shit. Da geht er jetzt durch den anderen Panzer ab, oder? Die sind beide tot, den anderen, ahhh, Flugzeug. Oh, da ist einer durch, wir müssen zurück. Hinter uns, hinter uns. Ja, ja. Ja. Das kann doch nicht wahr sein, wieso? Ich hab den vorne aufs Rohr draufgekleid, er konnte auch nicht schießen und ich treffe den zweiten Schuss nicht. Das ist ein leichter Schützenpanzer. Oh, Spawn, Mann. Ein Flugzeug am Spawn. Jetzt bin ich raus. Ich fahr halt auch gern die anderen Panser mal, einfach um so ein bisschen das Gefühl dafür zu haben, im Prinzip das gleiche wie beim Fliegen, um das Gefühl dafür zu bekommen. Ticker, Ticker, Ticker. Schade. Einfach um das Gefühl dafür zu bekommen, was kann der. Ah, da kommt er wieder. Das ist dieser kleine Schützenpanzertwechser. Äh, jetzt geht das Rohr nicht runter. Haltet mir den doch mal einer vom Arsch. Wir sind im Feind voraus. Beim Gegner sind nur noch drei drin. Naja, das sind drei, die mich auslöschen können. Mhm. Ja, das ist der Grund. Okay. Auge auf die Karte! Du ziehst ihn? Hin und bauen? Ja. Okay, brennt. Boah, das war aber noch mal hinterher gesetzt. Sicher ist sicher. Ja, bevor denn brennt und sich dann doch noch bewegen kann. Was den armen Traktor doch in Ruhe. Nee. Sieh schon, die Leiche bleibt jetzt wieder stehen. Das verstehe ich nicht. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Da wo der Flieger runter geht, okay, die kommen nicht mehr rüber. Echt? Da nimmt jemand einen Punkt von uns an? Ach nee, wir sind B, Entschuldigung. Alles gut. Derober das Gebiet A. Berlin? Ja, das ist für Sieg. Auf needs range. ..? Auch schießt er. Langeweile. Wir haben mein Gebiet eingenommen. Sehr schön. Hat immerhin wieder ein bisschen Geld gebracht. Filter, was ist der Filter? Oh, mehr PS und Beschleunigung. Ein zerstörtes Boden, Ziel, einmal Abschlusshilfe, ein kritischer Treffer, sechs Treffer, zweimal Gebiet erobert. Ich würde sagen, eine Runde noch und dann ist Feierabend für heute. Ganz wie du magst. Drückst du breit, wenn ab bist du, perfekt. Ich habe vorhin gesehen, du suchst nur auf dem EU-Server, die Russen-Server und Ami-Server kannst du auch noch suchen. Die Russen-Server hast du eigentlich kein Ping-Problem. Bei den Ami-Servers kann es beim Ping ein bisschen scheiße sein. Okay. Wenn du nur EU suchst, kann es halt um die Uhrzeit dann mal sein, dass du dich zu Tode suchst. Aber die Russen-Server kannst du auf jeden Fall dazunehmen und da ist es auch nicht. Also, Cheater muss ich ehrlich sagen. Gehen wir untere? Ja. Cheater oder sowas sind mir jetzt persönlich auch noch nie irgendwo aufgefahren. Also, ach wir sind mal wieder ins Match reingekommen. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Sollen wir uns Richtung A orientieren ein bisschen? Können wir machen. Seien da schon geschossen zu werden. Na, die schießen auf die Flugabwehr-Balance. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Auf die Zeppeline. Die ganz schön gemein sein können, das ist als Flieger. Wallern die zurück oder nicht? Nein, aber du kannst schon halt, die waren nur dafür da, dass Tiefflieger drin sich verhedern. Ach so. Und wenn du da im Turnfight bist und dann halt mal kurz nach hinten guckst, weil du einen Arsch lebst und dann Drehstich nach vorne und dann siehst du eine Stahlseil. Flügel weg. Das erste Mal eingesetzt worden sind sie im ersten Weltkrieg. auch als Ausguckdinger, aber im zweiten Weltkrieg gerade zu Küstenregionen oder sowas, also da wo einfach gegen Tiefflieger Schutz. Also obwohl ich mich für die Luftwaffe und so weiter interessiert habe, aber sowieso für Zeppeline habe ich mich nicht interessiert. Okay, muss irgendwo einer sein? Usa! Usa! Einer? Einer? ich hab ja auch nichts geschossen ich hab den einen gesehen, ach, ich hätte mich nicht auf den einen, sorry, war mein Fehler ich hätte mich nicht auf den einen verlocken lassen sollen, der mich dann vor hinten erwischt hab, sondern hätte mich darauf konzentrieren sollen, dir zu helfen da hätte man zumindest einen davon wahrscheinlich weggekriegt ach, alles hat so gut ja, das muss man lernen, das geht darum, das auch ein bisschen besser zu machen und das ist sowas, das muss ich das nächste Mal besser machen ich kann ja zu koordinieren, aber ich finde, das kommt im Laufe der Zeit von ganz alleine ja nur, ähm, wie gesagt, für mich ist das halt ein Spiel, das heißt, irgendwo die Zeit wird schlagen ja, ähm, wenn ich die ganzen Pro-Gamer dann immer wieder höre, ne, die sich da typisch drüber raufkriegen ja, ähm, das passiert dann nicht so ein bisschen auf den Pixel eben euer Computer geht davon nicht kaputt, ihr müsst da keine Strafe bei der Polizei bezahlen das ist doch scheiße, ja aber, kapieren die meisten, ne, nicht das ist auch so bei Eve so, ne weil, wenn ich da schon dann die anderen Leute mal hör, von wegen, äh, wie kannst du dich da mit einer Red Reaver ins Welt stellen die wird doch immer gedingt Punkt 1, ich wurde zweimal erwischt, einmal in der Venture und einmal in der Red Reaver Punkt 2, selbst wenn sie mich erwischen, wo ist das Problem? oh Gott, dann kaufe ich mir ein neues Schiff eben ja, aber dann steht er auf dem Killboard und? ich weiß, das verstehe ich auch nicht ich hab manchmal das Gefühl, die kriegen im realen Leben genauso wenig auf die Kette oder noch weniger wie ich mit meinen Depressionen und müssen sich dann über solche Spiele irgendwie profilieren oder so ja, ich mein, die Hälfte von den Leuten, die sich so tierisch drüber aufregen, sind eh zu alt und Pro-Gamer zu werden von daher werden die nie weiterreißen weil die einfach nicht mehr die nötigen Reaktionen haben und regen sich dann drüber auf und suchen dann halt die anderen als Entschuldigung, weil sie selber nichts auf die Reihe kriegen so seh ich das Auge auf die Karte! ja, deswegen nehme ich diese ganze Rund-Getrolle überhaupt nie ernst da bin ich ehrlich gesagt positiv überrascht von dem Spiel, was das Getrolle als allgemein angeht also hier wurde ich bisher zumindest noch nicht bestimmt doch einmal als Luke, aber ja, einmal ich auch, weil ich Depp außerdem wirklich absolut scheiße gebaut hab da hab ich außerdem einen eigenen erwischt und der ist dann ein bisschen Rage genau das kann passieren, da kann ich den Rage auch nachvollziehen aber ansonsten muss ich sagen, die Community hier von dem, was ich so mitbekommen hab, vom Schreiben her wir haben die Initiative Coxie, einen wunderschönen guten Abend Dankeschön muss ich wirklich sagen, bin ich positiv, bisher sehr positiv überrascht ja, vor allem genauso gut vorhin hab ich auch reingeschrieben von wegen bin neu, wo muss ich hin ja, dann wurde mir das sofort gesagt das war so einer meinte dann sofort, komm hinterher halte ich hinter mir das liegt allerdings wahrscheinlich auch mit daran, dass das Spiel eben vom Schwierigkeitsgrad nicht einfach ein Shooter ist ja sondern, dass es eben diese One-Shop-Dinger sind wo du halt wirklich wenn du gewinnen willst, musst du auch sinnvoll miteinander arbeiten genau und das ist das, was sie bei WOT nicht verstehen weil auch da musst du eigentlich zusammenarbeiten aber gerade als dann diese WN8-Scheiße rauskam haben die sich alle so auf die WN8 gestürzt und das ist eine reine Egoisten-Statistik ja, schick die anderen vor, damit die die Dresche kassieren damit du von hinten die Leute wegknallen kannst so kriegst du deine WN8 hoch ok was mir aufgefallen ist, ich hab da jetzt auch im Screen ein paar Mal ähm, Coxie, wie geht's dir? bevor ich die Frage vergesse wie geht's dir? du hast noch Urlaub, äh, Ferien besser gesagt, oder? ähm wenn, wenn, ähm was sollte ich jetzt sagen? ja, was dir aufgefallen ist achso, das von WOT also im Stream viele sagen sie hätten früher WOT gespielt und äh, mittlerweile nicht mehr und ähm sind jetzt hierher gekommen gibt's da einen Shitwage grad oder was ist da los? das Problem an der ganzen Sache ist gerade die, die sehr früh mit WOT angefangen haben es war früher ein komplett anderes Spiel es gab weniger Deckung Deckungen sowohl Sichtdeckungen durch Büsche, Steine oder sonst was als auch richtige Deckungen in Form von Häusern und so weil, ich hab auch recht früh mit WOT angefangen so, ich hab mich in meinem Tiger II hingestellt und die Gegner auf 450 Meter abgeknallt bevor die mit ihren IS-3ern und so weiter mich überhaupt sehen konnten das kannst du mittlerweile nicht mehr machen weil überall irgendwelche stumpfsinnigen Bodenwellen und sonst was sind die ganzen Russenpanzer sind mittlerweile so OP weil alle nur noch diese abgerundeten Türme und ähm Form haben, wo sowieso alles, äh, dran abprallt ähm das Spiel wird immer schneller gemacht also mittlerweile mit dem Heavy fahren ist Hülsstrafe weil du wirst von den ganzen Mets und Leid sowieso auseinander geschossen weil auch jeder bei dir durch die Panzerung kommt okay na und das vermiest halt vielen Leuten so ein bisschen den Spaß dazu natürlich das permanente Rumgeflame na, weil egal was du machst du bist sowieso schuld oder wenn dann hast du dann halt geradezu irgendwelchen besonderen Aktionen die laufen oder so dann sehr viele Service mal Wochenendkrieger die gerade mal die Tasten wie ASD finden und von den Karten und so überhaupt keinen Plan haben also das, was ich jetzt gerade hier bei War Thunder mache ähm die an und für sich dann dafür sorgen dass dann nur noch ein Geflächter nach dem anderen verloren okay ja und es ist nur noch Premium Munition gespammed egal wo du hinkommst du wirst immer mit Premium Munition beschossen was früher einfach nicht der Fall war und dadurch verlieren halt viele so ein bisschen den Spaß dran na, es wurde eine Zeit lang auch sehr viel mit Aimbox gearbeitet das heißt das du selber gar nicht erzählen musst du hast einfach Panzer angeklickt und du hast dann automatisch Vorhalt gehabt und so weiter ist mittlerweile weniger geworden weil es halt auch offiziell von WOT ähm unter Strafe gestellt wurde also sie konnte dadurch ja kein Account zugemacht werden äh zugemacht werden wenn sie nicht dabei ja gestahmen das war ja damals so der riesen Aufbruch und Hitsch und im Prinzip brauchst du aber auch keine Mods mehr weil du hast sämtliche Mods die man früher brauchte andere Fadenkreuze ähm Sichtweitenpreise andere Match äh andere Map und so weiter wofür du eigentlich immer irgendwelche Mods genommen hast haben sie im Spiel implementiert vielleicht brauchst du dann eh nicht mehr ja und jetzt mal diese Auto-Aim-Bot-Geschichten ähm ja ja das ist genauso wie GOV-Modus einschalten oder so oh hinter dir im Busch steht einer aaaaaaah ha ich gehe runter he also weil schon gut was eingesteckt dafür dass du mal nicht los bist danke dir ja danke ich kann mich nicht bewegen und da steht er um die Ecke roter kaputt oder halt aaaaaaah 75mm von der M3 hat mich erwischt ja der hat mich gesehen ganz einfach weil vorne dein vorderes Eckefiertel komplett übers Haus hinaus geragt hat ja 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 ich hab noch einen Einstiegspunkt äh ja mach doch und die Kisten gerade links neben dir stand der Kernavond ist normalerweise ein schneller kaum gepanzerter Panzer bei VOT ja ja und hier ist das der absolute absolute Monster ich hab ja vorhin mit dem AK den paar mal drauf geschossen hier hab auch schon mit dem normalen Panzer drauf geschossen oder irgendwie wir haben dann nur im Turm hängen geblüht äh Coxie ich hab's lange nicht mehr gespielt ich muss sagen ähm Artillerie war wo ich also ich hab's angefangen da war es noch Beta BOT ähm und da war Artillerie nicht wirklich einfach also da war es zu treffen allein bis die Kugel mal geflogen ist bis die mal ankam also momentan sind Artillerie noch für sich okay na die haben sie in Anführungsstrichen genervt vom Schaden her weil die waren eine Zeit lang einfach nur pervers egal womit du gefahren bist du warst für Art in One-Shot okay dann haben sie vom Schaden her genervt dafür haben sie jetzt einen Stun gekriegt ja das heißt wenn du dann von der Artillerie getroffen wirst hast du dann 20% von Schlittkarte ja für deine ähm Mannschaft kannst du dann zwar mit äh Reparatur-Kit also Erste-Hilfe-Kit verbessern aber das war's dann auch schon aber die ist immer genauer vor allem es werden immer mehr Fahrzeuge geholt die noch genauer sind die noch schneller schießen die noch mehr Penetration haben macht das ganze Spiel meines Erachtens kaputt deswegen finde ich es ja so gut dass die das hier wirklich gemacht haben also wenn du mal nach ganz unten guckst da gibt es dann okay es ist Leopard A1 ne ist doch noch nicht äh der Zweier aber welcher war denn das? warte mal war das in Kauf? nein was habe ich denn mal gesehen? Jagdtiger das sind alles noch 2. Weltkriegpanzer da der Raketenjagdpanzer 2 Hot das ist der letzte in der ganz linken Reihe ganz unten der hat halt 10 Lenkraketen dabei ist aber halt ist aber halt einfach nur ein BMP und gerade diese Mischung die sie da machen wo sie dann auch gegen wen du da fährst du fährst dann gegen eine Maus gegen Neoparden gegen gut Gepard ist ja Flugabwehr Jagdtiger also ich finde es von auch die Grundidee dieses Battle Ranks finde ich als solches ja nicht schlecht weil der der passt sich ja an der der Battle Ranks ist ja nicht festgeschrieben sondern der passt sich im gewissen Rhythmus passen die sich an und sagen okay damit sind die Spiele jetzt besser zurecht gekommen in dem Tier mit dem Battle Ranks also wird er nach oben gestuft kommen die Spiele kommen die Spiele damit nicht zurecht also anhand der Statistik kommt das Ding halt nach unten und so finde ich haben sie das Balancing doch recht gut hinbekommen drück bereit nochmal eine Runde ok wenn du noch Lust hast ja sicher mein schlafen kann ich eh nicht also ich werde wahrscheinlich wenn du nachher oft auch noch ein paar Runden machen ja Coxy schreibt gerade auch das Matchmaking also das schlimmste wäre das Artillerie das habe ich ja gerade gesagt und dann schreibt er gerade noch das Matchmaking sei sehr schlecht wir haben es mittlerweile verändert aber wie es halt ist man hat sich an das Matchmaking vorher gewöhnt wo du dann auch mal mit 15 8ern Panzer durch die Gegend fahren konntest wenn du gut hattest und das ist jetzt komplett weg ok wenn du einen 8er wählst kommst du immer in Gefechte wo 3 10er 3 9er 8er und Arti und so drin ist da ist halt da jetzt mittlerweile wenig Varianz drin im Gegenteil ok über den unteren Panzer äh Einstiegspunkt Artillerie als solches gibt es jetzt noch nicht ich bin mal gespannt wenn sie in den Weltkriegsmodus bringen sollten ich bin doch oben gestartet warum auch immer komm mal runter also wenn sie diesen Weltkriegsmodus dann jetzt mal einführen bin ich mal gespannt ob es dann auch Artillerie oder sowas gibt ja dafür hast du ja hier bei den Panzern selber die Möglichkeit Artillerie Schläger anzufordern ja dann kannst du extra Artillerie reinsetzen stimmt auch wieder ja ich meinte jetzt fahrbare Art ja das Sturmgeschütz ist ja schon so ne halbes ähm bei W.O.T. läuft sie auch als solche aber ja ja das ist von wo schießen die denn schon mal lange weiter oder versuchen kann man es immer oh das ist nämlich jetzt zum Beispiel direkt vor mir eingeschlagen die Witte das ist genau das was ich meinte die wissen wo du ungefähr lang fährst und schießt halt mal hin ich kann schon Glück treffen dann warum nicht der Feind hat ein Gebiet eingeladen ich kann schon auf B stehen die stehen schon über die stehen schon über was soll das denn was soll das denn äh fangglas weißt du dass es das im Spiel gibt oder du mal so reinzoomen na nicht reinzoomen sondern ein Fangglas auf ich hab's auf der Alt-Taste oder mittlere Maustaste das ist nochmal ein extra Zoom das ist dann nicht die das ist nicht der Richtschützenansicht sondern wirklich vom Kommandanten ein Fangglas achso ok du kannst dann das Geschütz bewegen indem du rechte Maustaste drückst dann weißt du sozusagen einem Richtschützen an oh Moment muss mich kurz konzentrieren Ziel zu stoppen ähm dass er das den Geschütz zum dahin dreht du kannst aber nicht den Feuerbefehl geben aus der Sicht und das ist ein Zoom der ist stärker als der vom Richtschützen ok wie die 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 wer die schießen da von anderen seite das ist ab noch mal was machen können die mal daneben schießen also wenn das kann die stehen hinten auf der anderen seite oben und schießen komplett über die map und treffen mich aber jeder schuss und den würde ich auch auseinandergenommen davon und stattdien von hinten die ausschlüsse wenn wir nicht etwas unternehmen hat der feind gesiegt zu weit geworfen die bomben ach dich haben sie auch von der so jetzt habe ich gar nicht sehen für mich haben sie auch von da drüben erwischt aber nicht diese komischen autokanonen die ich erwischt habe sondern ich habe einen kickerfanzer erwischt kugel flug auch richtig böse im ballistischen winkel also in so einer kurve kugel flug auch richtig komm schon endlich jetzt irgendwo ein stückliches plätzchen suchen weil ich muss mich reparieren was ich vorhin noch sagen wollte wegen ragen und so weiter oder dieses da kommt die nicht umdrehen und dreh nicht dreh nicht zu spät der feind hat ein gebiet eingenommen oh scheiße verbündete ich werde hier auch kein profi mehr ich habe beim fliegen habe ich einen gewissen ehrgeiz weil ich da einfach denke dass ich einen erfahrungsschatz habe den ich da mitbringen kann und ich auch denke dass ich nicht der schlechteste flieger bin auch nicht der beste aber auch nicht der schlechteste beim panzer fahren das ist mir relativ egal ich habe halt bloß den ehrgeiz dass zumindest ich nicht sterbe weil ich einen fehler mache oder wie gerade eben vorhin die situation wo wir eben hatten dass dass wir beide sterben weil ich mich dumm in anführungszeichen verhalten habe weil ich anstatt zusammenzufahren eben links abgebogen bin und wind einem hinterher ist bin so was regt mich auf dass es mal passiert und dass ich dann sterbe das ist mein gott aber ich ich habe den ehrgeiz so zu sagen dass es nicht der grund ist weil ich mich dumm verhalten wenn andere besser ist wenn man sich bei den eigenen fehler ärgert ist das auch eine ganz andere geschichte genau so wie jetzt zum beispiel wenn man blind gerade ausfährt und das fahrzeug besieht zurück zum hangar aber ich habe auch gedacht das wäre irgendwie einer der eigenen leute jetzt gewesen ich dachte auch das wäre vor allem weil der so tief war die schüsse kann man fast sinken kriegt ja vor allem jetzt hat keiner drauf geschossen oder so wird das scheinbar der eigenen sein also wie gesagt das war eigentlich wirklich bloß dieses der eigene fehler der mich da aufgeregt hat weil wie gesagt das sind so sachen die nämlich keinem krumm das ist wirklich der ehrgeiz so zu sagen wenn wenn ich absterfe wie gerade eben weil ich einfach ein dummheit gut das passiert halt das wurden war vermeidbar und dann regt mich ein bisschen auf aber das gehört dazu der frust muss raus und nicht rein fressen oder braucht er so lange weil wir die einzigen sind die keine flieger näher haben ne ich glaube nicht genug spieler sind man muss bloß meckern schwebische gamer aber glauben schwäbische waldzeit hart zu am mecker die raketen sind sehr ungenau am besten folgst du mehrere gleichzeitig abführer haben wir noch einen startpunkt wir fahren da richtung f5 hoch um dann zeitlich hinzukommen oder das muss man machen dann muss ich gucken wo du stehst da bist du ok ich warte mal hinterher ja fahr mir doch mal in die karre du blieb kann ich dich eigentlich auch schieben ohne dass du schaden kriegst oder ja ich glaube auch nicht dass ich dadurch schellert werde da habe ich neulich ein video gesehen von den bestfails von Panzern und Flugzeug da waren Sachen dabei da ist einer von der Klippe gefallen hat gesehen dass da ein Panzer steht und hat dann abgedrückt und hat ihn voll erwischt ist dann halt auch gestorben durch einen Fallschaden aber was war das was war das oh internet weg hat er vorhin schon gesagt dass er probleme im internet hat dürfte wahrscheinlich jetzt dasselbe problemchen gewesen sein der hat eingedommen Was ist hier? Na komm, ich hab dich doch gesehen. Du wißt es doch auch, du wißt es doch auch, du wißt es doch auch. Genau, 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 genau. Nächster, bitte. Ah, ich seh ihn. Sie hat Beschuss unbescheidig verstanden. Der Feind hat die Initiative. Das ist unsere, da sollte ich vielleicht nicht drauf schießen. Das ist unsere, da sollte ich nicht drauf schießen. Da hab ich was beschissen. Ich bringe jetzt halt leider aus. Ich hab halt leider noch keinen Feuerlöscher in dem Ding. Irgendwer sollte vielleicht auch mal den Punkt, äh, Punkt ist okay. Also ich weiß nicht, wenn ich gegen die Dinger fahre, kommen die mir vor, als wären die viel, viel schneller. Hab ich doch irgendeinen Mod verpasst, die dann auch irgendwo fehlt? Bravo! Na komm schon. Na komm schon. Na komm schon. Okay, jetzt ist Spawnkilling angesagt. 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 Gut gemacht. Ich werde nach der Runde auch Schluss machen. Dir noch einen schönen Freitag dann. So, das sind die. So, das sind die alle. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Okay. 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 heißt es da ist doch irgendwo einer drin oder was warten die jetzt hier und Was ist das? Oh, 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 oh. Ich stimme zu! Wer ist denn noch drin? Einer Geschütz geladen! Wie geht's? Kommt die Kugel auch irgendwann mal wieder runter? sie verschwindet vorher da ist er da ist er jungs da ist er das kann es in sie niemand mehr nehmen oh ein abzeichen jäger us amerikanische panzer 50 abschüsse von bar okay passt das ist egal kollege ist ja leider internet kaputt gegangen wir haben noch einen neuen panzer erforscht was machen wir als nächstes hier den morder forschen 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 kaufen 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 fertig nicht bereit ja gut er ist auch nicht im spiel ich habe jetzt ganze zeit vergessen das bietchen wegzumachen sagt doch was ich bedanke mich fürs zuschauen für die host für die fall aus für die subs ich wünsche euch noch eine gute nacht kommt gut durch den tag bis morgen